So, Dad. Hat schon jemand Forza angestopst? Nö, der hat ja auch noch ein paar Minuten. Man kann ihn ja trotzdem anstopsen. Fuck den, fuck den richtig ab. Und fuck den richtig ab. Kevin ist live gegangen. Da muss ich erstmal Knark mit Gefahren gehen. Das war so klar. Das war so klar, dass das tun würdest. Ja, Kevin. Allein dein Livestream ist einer meiner Dauertabs, die geöffnet sind, die ich einfach nur noch wieder restarten muss, also einmal aktualisieren muss. Nämlicher Streamcamper. Ich öffne den Tab, ich drücke auf aktualisieren, ich schließe diesen Tab. Also ich schließe generell den Browser. Du minimierst ihn. Ja. Fließen wäre das große X. Ist nicht vorhanden, so. Ey. Ich hoffe zu korrigieren im Livestream. Nö. Stehendicht. Nö. Gut. Dann hätten wir das jetzt hier geklärt. Richtig. Alles geklärt, alles easy. Kevin? Ja. Ich setze dir außerdem ein, ich hab mit Mutti geschnackt. Solltest du tatsächlich auch im März kommen wollen und Zeit haben, wäre das für meine Mutter vollkommen okay, wenn du auch kommst. Okay. Guck dir das an. Ich hab dir grad bei Whatsapp was geschickt. Und gelogen. Das war nicht beabsichtigt, das hat die Soße so ganz von allein gemacht. Selbst der Burger zeigt mir die gleiche Liebe, die ich ihnen schenke. What the fuck? Guck dir einfach das Bild an und du wirst es verstehen. What the action? Ohhhh. Das ist so cute. Verstehst du was ich meine? Such cute mini wow. Einfach so ein Herz aus Soße ungewollt. Solid. Grund solide an der Stücke. Ja. Und grundlegend sau lecker. Erstmal nochmal 3 Stunden gepennt oder so alter. Richtig schmackhaft. Nur? Oder? Nee, nee. Wieder. Warum? Ich hab schon 8 Stunden gepennt gehabt. Heute Nacht. Und dann dachtest du die legst mich nochmal wieder ins Bett. Ja, ich war mit meiner Mutter spazieren, dann hab ich nochmal ein bisschen Pell World gespielt. Und hab von Level 16 auf Level 20 hochgezogen. Und dann hab ich mir gedacht, ja, hab jetzt sowieso nichts zu tun bis zum Essen. Und nach dem Essen geht's sowieso mit Rainbow weiter. Ich leg mich jetzt nochmal ins Bett. Okay, an der Stelle high erstmal. Nach dem sehr chaotischen Intro von den Ladies gerade. Von den Jungs. Entschuldigung. Ähm. Ja. Ja. Endes wieder Zeit. Rainbow Six Siege. Hoffentlich ist das Internet auch stabil. At least I hope so. Ähm. Wenn's da neue Router nicht wuppt, dann haben Wodafone und ich ein kleines Problem. Würde ich mal so behaupten. Aber egal. Ähm. Ja. Schauen wir mal wie's läuft. Vielleicht laufen die Server auch heute. Wär ja cool. Ich bezweifle es da. Aber wär cool. Guten Abend Frozen an der Stelle. Hallo. Was? Wer ist da? Der Frozen. Ha! Wir werden Insta-Reels geschickt. Ohhhh. Hau der los, people. Ruh. 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 Ich bade jetzt gar nicht so öffnet. Da du mir auch geschickt hast. Das war Bullshit, war das. Alter, das klingt, als hätte das der deutsche Manfred nachgesprochen! Ruh. Aber ich dachte ja so, was ist das denn? 2 bis 2 ist 4, nehm? Minus 1 ist 3. Das ist gut. Ja. Aber dann ging das raus. Und ich dachte, ne, Alter, was erzählt ela för den Scheiße? Ach, mach dir nichts draus. Ich hab gestern Insta-Reel gesehen, wo es hieß, und logik was war es bei plus zwei mal vier und antwortmöglichkeiten waren 16 11 und 15 ich kreuz da drunter an 10 alternative fakten alternative nachrichten online live präsentiert fakenews präsentiert von skrnitz fakenews hat ja auch schon copyright bei donald trump wir machen die fakenews donald trump ist der fakenews n-o-o-s oder n-u-u-s wir machen die fakenews ja oh fakenews ok wir machen gleich zwei das wird unser neues programm fakenews jo meiko ja oh ja oh ja oh ja wofür sieht sich da ganz ja er bezahlt ok alter ich könnte schon wieder ausrasten RASTEN naja hast du den trailer zu äh bad batch season 3 gesehen nein ich guck mir keine trailer von äh von serien von star wars an schade eigentlich weil wir leben die ganze also disney ist ja auch so ne bekloppte agentur gell geworden ja wir leben die ganze zeit tote charakter wieder ach lass mich raten das ist das sache ventristen ja rote charaktere wieder beleben um noch mehr geld aus ihnen rauszupressen das kann disney mittlerweile leider sehr gut ja ja das ist die finale season konnte die fast and furious äh filmserie ja jetzt auch ganz gut ne ja ja ich wollte grad sagen jetzt im neuen film kam wieder jemand äh wo man sich dachte so die eigentlich in die eigentlich in 6 gestorben ist ja 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 ne vier film später komm doch mal dazu aber ich hab den neuesten fast and furious tatsächlich noch mal gesehen muss man dazu sagen die sind auch nicht mehr die sind auch nicht mehr sehenswert also ich finde ja fast and furious echt geil und ich bin da voll drin keine Ahnung ich hab alle gesehen aber es ist halt einfach nicht mehr sehenswert ist nicht mehr das was es mal war aber die haben ja erzähl die haben ja jetzt tatsächlich gesagt fast elf soll ein bisschen werden wie die alten also mehr als easy tracing das ist das problem was ich halt einfach darin seh also bei mir hat's wirklich geändert mit der situation wo die verfickte scheiße nochmal ins EI geflogen sind oh ne das fand ich ganz witzig witzig ist was anderes aber das hat nichts mit dem was du fühlst zu tun ach ja stimmt ja die sind ja mit dem auto im EI gewesen ja wichtig doch mit selbst gebastelten Raumanzügen mit Panzertape abgeklebt und nem Auto was ich sag mal so wirklich an der Grenze zum zerfallen ist wo es mich wundert dass da keine Luft rausgegangen ist da Pontiac Fierro ne ja aber man muss den Faust 3.1 lassen Humor haben sie an der Stelle das stimmt es sind alle da ja denke mal weil es sind alle in der Lobby drinnen Frozen mhm ok ja dann sind alle da auf geht's dann können wir schon starten ich wart schon seit einer halben Stunde gefühlt ja das ist aber primär das war dein Problem ok es sind 8 Minuten aber hey Moment Moment wo ist Kai wir brauchen wieder Villa Carry hallo äh jetzt findet der mal Carry doch Villa schwierig bis das passiert äh funktioniert das äh funktioniert Rainbow vernünftig Pfff hat sie mich immer gespielt ei hat sie niemals naja die Rainbow Server funktionieren immerhin aktuell wieder warte ab bis bei uns die erste Runde begonnen hat ihr spielt immerhin mit mir jetzt wieder ne ne warte ab warte ab bis Ubisoft kein Geld mehr hat für die Server wartet ab bis die äh neu eingestellt wieder gekündigt werden und nur noch die Praktikanten da sind ah ja Klassiker ich bin mittlerweile gewöhnt äh ich kenne Pokémon Go Spieler ja auch äh nur noch ähm auch nicht schon wieder versteht ich kenne die Webfeld immer noch nicht es wird Zeit sie kennenzulernen ok ich darf ich darf raten äh ja danke wow wobei wenn ich mir die anderen Namen angucken dann ist natürlich klar wer Rucksack 600 ist ich kenne sie mittlerweile ein bisschen weil ich sie schon recht häufig gespielt hab mittlerweile aber nur mittlerweile ja dann bist du heute unser ähm wie heißt das ähm ähm Must of Strategy Bisschen aber wir schon wieder angreifen dürfen ich weiß wie ich irgendwo langkomme mehr nicht ja wir dürfen schon wieder angreifen ich find das toll ich hab noch keine einzige Runde auf dieser ekligen Map gespielt doch doch die werden am Anfang mit dem Verteidigen angefangen haben ahja ne das ist äh rar immer nur Angriff weiss ich mich ich hab keinen Bock auf den äh oh jetzt hatte ich das Antwort gesagt auf den Kühlschrank 2.0 ja ja ich dachte ja an an Arnes ähm Signature Namen Chocobomb ja Chocobomb Pizza Daddy was haben wir noch also ne ja gut dann gibt's ja noch meinen in Alibi Perverses Mannschwein Perverses Mannschwein naja es muss ja zum Thema Essen passen sag ich doch Perverses Mannschwein das ist doch Quidlock oder nicht die ist doch das Mannschwein hier also sie war eigentlich Ficklock aber ja gut 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 ich hab mit Essen angekommen das ist jetzt ganz schön eskaliert hier aber egal ja ist halt so she hella Fick und so oh was egal ok mir wird Cardi reingedrückt ok zu langsam war ach du hast confused funktioniert die Farmers von Bitches eigentlich wieder besser nein gerade warum sollten wir die verändern die ist aktuell ist die Trickswaffe eigentlich ganz ok ja das finde ich nicht ich fand den Rekord schon mal besser ja mit dem alten Rekord wäre sie aber wieder zu stark so wie alles in diesem Spiel wir sehen Lord und ich bin nicht glücklich der Lord zum Beispiel der wurde jetzt schon wieder zu stark gemacht mit 62 Damage ne ne echt wieder hochgeschraubt ja letzte Season schon ne achso deswegen spiel ich nicht so gut du machst ja eigentlich jeden bis auf einen One Speed Operator mit Fachanka Two Shot außer auf dem Kopf das ist natürlich wieder was anderes ja wann treffe ich schon mal den Kopf hehehe let's face it das ist eine Rarität das ist ein Fehler in der Matrix wenn das passiert euhm zeig ich doch das ist mit Abstand die falsche Ebene hier Alter, das ist jetzt gerade so, Alter. Hätte er fast nicht komplett gejagt. Wollte gerade sagen, ich zeig dir, wie man die Dinger aufmacht, aber... Auf jeden Fall, wo ich mit meiner Drohne reinkommen kann. Oh Gott, hallo Lord. Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh, fuck. Der steht direkt am Fenster. Wo wir aufgemacht haben, also... Wer immer Bug ist. Ach, Papi, hier. Satsanka hat zwei Hits. Satsanka ist tot. Opfer. Wem habe ich die Drohne eigentlich zerstört? Kann sein, dass du das warst. Denn? Weil da vorne ist einer in dem Raum. Der Jiggle Peaks. Ja, und wir wurden gerade gespottet, aber naja. Ist mir egal. Apropos ist wo, ans von B. Da machen wir jetzt Vertical Gameplay komplett kaputt hier, oder was? Ah, okay, Mira haben sie auch. Hier steht... Steht Zeiko? Ah, tot. Mira ist tot. Mal ganz kurz meine Maus-Tents runterschalten, hier ist ja ganz weird. Schönen Glossi. Schade. Hinten auf A. B ist frei, der ist auf A. Ja, aber ich habe die Bombe im Dreh... Ja, der ist auf Bombe-B drauf. Ja, sorry, wusste ich nicht. Kiefer rein auf B. Frozen und Pimp. Das ist halt nur nicht von wo der jetzt so weit kommen kann. Hinten. Drei. Oh. Hört, ich bleibst du da. Hinten auf B. Close, but you're frozen. Ja. I didn't know that. Hinten auf hier. Der muss zu füßen. Er ist down. Er verzieht komplett, aber ist drauf. Oh ja. Einfach so, als hätte ich es gewusst, wo der nächste Schuss hingeht. Aber vor allem, du hast noch seine Hand getroffen, ne? Ja, er war ja gedowned, da braucht man nur noch... Ja, aber trotzdem, so lange, wo der Schuss auch hinging, so, hä? Wenn man merkt, Psycho, dir geht es nicht um die Punkte, hättest ihn auch messern können. Ach. Hätte er... Er hätte auch aufstehen können. Das hätte er nicht mehr geschafft. Ja, ich hätte ihn aufstehen lassen. Bist du dem Punkt kurz bevor er aufgestanden wäre, dann hätte ich ihn weggewässert. In der Zeit ja auch nicht durch, ne? Oder, oder ich wäre so richtig assig gewesen und ich wäre einfach weggerannt. Hätte er nur... Hätte er so nicht jetzt einmal die ganze Zeit gemobbt. Nein, ich will natürlich wieder einen guten Ruf kriegen, deswegen bin ich auch ein fairer Mitspieler. Ähm, ähm, ja. Was? Ja, nee, ist klar, Seiko. Ich will wieder extra Punkte kriegen. Ja. Was ist das für ein Drohnenloch? Ella ist frei. Gucken, ob sie wieder oben sind. Ja, mal wegen nach oben finden. Ach da. Ich liebe es, wie klein die Map ist. Na ja, passt. Ach, schade. Ja, ja. Gesundheit? Haben die echt den gleichen Spot nochmal genommen? Ja. Ja. Sag das nicht so, Frau, was freut. Ja, doch. Weil das vorher schon gecalled hat. Ich habe noch nicht zugehört. Ja, selber schuldig. Oh, Mann, 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 ist halt du ehrlich. Ja, bitte. Ja, bitte. Und wieviel hast, möchte man die Kamera weg haben? Ja. Und hau, ist das einer Flo? Ja. Danke. Du hast da einen Poli in dir. Jawoll. Uuuhahaha. So. Gut. Mein erster Kill heute. Das kann doch nicht sein. Du bist jetzt schon besser unterwegs als Kevin. Lull. Ist auch nicht schwer. Der ist gerade einfach rein. Das war so in der Nacht. Hier wurde ja durchgebracht. He's go. Oho. 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 Irgendeiner Spulplash. Ja war Spulplash. Wo ist der denn? Der war Klosling. Kurter Pumper. Oho. Oho. Du hast gefragt. Oho. 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 Was? Oho. 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 Oh Samy, eh. Fehlt noch was. Ach, verdammt. Nicht übertreiben, Kevin. Was ist eine Mission dieser Architektur hier? Ja. Ja. Versteh ich nicht. Gut. Nee, da geht's in den Keller, da will ich nicht hin. Im Moment, wenn man sich den Zugangspunkt anpinkt, glaubt, dass man in der Nähe ist und dann 60 Meter liest. Tür. Hier geht's rein. Oberboom. Komm mit. Oben beim Yellowping läuft irgendwo irgendwas rum. Yellowping? Da oben. Soll ich euch mal die Wand aufmachen für Psycho und Frozen? Oder wollt ihr durch die Tür kommen? Wir sind schon drin, wir sind schon drin. Psycho spielt hier seltene Silent Crash. Extra rein. Ich tue ohne. Gibt's hinter der Kiste. Also hinter den Waffen. Nee, noch Waffen gibt's. Hä? Oh, Digga, als wenn. Hm. Ja, komm. Das ist Bullshit. Ich kann mich eh beleißen, was ich weiß. Das ist gut. Geil. Ich kann mich nicht mehr aufhören, wenn man nur zu injilen. Was soll das denn? Ich kann mich nicht mehr aufhören, wenn man nur zu injilen? Ach, die hoffen da auch nochmal. Ja. Die haben Bock, würde ich sagen. Die spielen richtig spannend. Die wollen mich wohl ein bisschen abfucken. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm. Also zumindest draußen. Im Haus finde ich relativ wenige. Nee, es gibt tatsächlich drei nach oben, drei nach unten. Soweit ich weiß. Oder sogar vier. Ja, also. Aber find die erstmal. Das ist das Problem. Das ist verwinkelt wie scheiße hier alles. Es ist, äh, ich würd behaupten, das ist die größte Meppenspiel. So ein schöner Wohnen. Äh, sch. Ich kann mich die Hedge kaputt machen. Hier ist zum Beispiel Blue Stairs. Dann gibt's noch ne Yellow Stairs in den Keller. Dann gibt's noch Green Stairs. Oh Gott. Orange Stairs. Red Stairs. Purple Stairs. Wo ist jetzt nur die Hedge, wenn die bei uns war? Äh. Ich weiß nicht, wo ich hier irgendwo eine sinnvolle Kamera anbringen kann. Ich weiß nicht, wo ich hier irgendwo eine sinnvolle Kamera anbringen kann. Ich weiß nicht, wo ich die Sensoren gut anbringen kann. Genauso geil. Es gibt einige Wege in den Keller rein. Ich sag's mal so. Ich weiß nur nicht wo. Das ist gut. Ich muss nur mal ganz kurz die Treppe nach oben finden. Äh, hier ist einer. Hier ist Yellow Stairs. Ah. Danke. Okay. Ich wurde gescannt. Ich hab mal kurz Aufmerksamkeit gezogen. Ähm. Ist gut. Äh. Hier bei mir ist was los. Ich tun weh. Ich kann halt die Map Boundries nicht. Oh, das kann man. Äh. Hab sie gefunden. Hab sie gefunden. Hab sie gefunden. Äh. Die sind sie gut. Sind sie unten bei Ping? Ich hab dich lieb. Wir hören uns mal mal. Tschau. Okay. Tschüss. Nein. Ich hab grad mit meiner Mutter telefoniert. Ich bin dabei rumgelaufen. Und. Ich bin zugegangen. Nein Drohne ist nicht. Eine IQ weniger. Äh. Ist gut. Und noch welche? Ding. Da ganz cool. Danke. Hier. Ach der hinten rein. Da runter Zeiko bitte. Da ist einer. Nice. Kick. Wir haben auch noch ne IQ gehabt. Ne die. Oh Gott. Hallo. Zero. Fuck. Wo war der? Äh. Ja. Bye bye bye. 50 im Labor. Ja. Direkt neben dem Spot. Der hatte den Timing des Todes alter. Fuck. Wo ist denn jetzt hier eine Treppe nach unten? Nein. Ah scheiße. Schön. Ich hab die ganze Zeit die Treppe gesucht. Erstmal in die Camion der Zibo. So. Toller Runde. Ja der ist mir mit der Drohne so um den Sack den. Irgendeine Alexander. Ja. Oh. Holy shit. Das war ne schöne Runde. Wo wir mal hin? Second Floor. Ja klar. Ich hab gar nicht wissen wie meine Mutter sich gerade eben erschrocken hat. Weil ihr habt's nicht gemerkt weil ich noch gemuted war. Aber ich hab grad voll geschrieben. Vor Angst weil ich mich voll erschrocken hab bei IQ und sowas vor mir stand. Ja. Ja. Kann passieren. Aha. Komm gleich wieder. Hätten wir dich fahren sollen? Ne. Alles gut. Haha. Ich hab da eigentlich halt Valisen gefunden sollen aber haben wir ja. Hm. Protect the Box. Oh. Äh. Ach. Hierher rum kommt mir bekannt dran. Ja. Gibt es da? Da haben die einmal verloren und einmal gewonnen dann. Da ist alles hart. Guck gespottet, oh nein. Da draußen ist ein Blutfeld anrufen. Diese Lücken. Aaaaaaah. Hola. Besser. Guten Tag. Hola. Bye. Tschüss. Komm hier hoch. Komm da oben gleich rein Kevin. Bei der Tür wahrscheinlich. Na dann. Wir gehen jetzt rein und die Spots wollen wir sich mal so ein bisschen hinbeziehen. Na doch hier. Weiß. Hast du mit die Alarm trigger? Die sind auf der anderen Seite vom Spot. Bleib mal bei mir. Ja und hinter der Bubba ist auch noch einer. Wo? Von oben. Och Digger. Hinten. Also auf. Ist frei gehört. Der hat mich gepinkt und drei Leute knattern grad auf mich los. Oh mein Gott. Alter. Oh. Oh. Sie haben uns komplett auseinander genommen auf dem Spot. Wow. Ja weil die die Möp kennen. Die Möp. Ja. Die Möp. Jetzt mit, was ist richtig abfuck, Alter. Ich probier mal, ich probier's mal, Alter. Ich probier's halt mal. Vielleicht hält dich ja was. Wenn sie wieder zu rushen. Was ist denn? Ja. Ja. Ah, ja. Nichts ja verwinkelt, wollen sie eine Map haben. Rainbow, ja. Super. Die Tür geht auf. Die Richtung. Schild. Wenn du einen Kern hinter brauchst, ja. Blasi. Ja, selber schuld, wenn du dich face-off mit dem Tatanka anlegst. Und zwei mal deine Flashblisten. Depp. Das ist jetzt stupid. Verfreulich, wie der jetzt rum. Also wir haben Blitz weniger. Ja, weil der mich zweimal versucht hat zu flashen und beide Male verfehlt hat. Da mal. Ja, natürlich. Ja, wo steht der? Wurde gespottet. Was? Bist du schon auf B, oder wat? Die oben, unten. Ja, komm, Reien, Blasi. Da ist Kevin, Mann. Wir sind. Wir sind auf B. aber nicht gegenseitig ja, Digga die können aber auch jede Schacht das ist somit echt eine der schrecklichsten Sachen die Ubisoft überhaupt reingebracht hat dieses zwangsweise in Ranked neue Maps spielen, ne? Boah! Warum überhaupt neue Maps, die zum ersten Mal drin sind, direkt mit Ranked? Nein, dann statt erstmal ein Casual zu packen, dass man zumindest erstmal ein bisschen üben kann. Nee. Jetzt einfach. Ja. Und vor allem diese Funktion, dass man die neue Map auch gar nicht banden kann. Ubisoft will einfach nur nicht sehen, dass die neue Map einfach nicht gut ankommt. Das wollen die gar nicht. Das ist ja das was ich gerade eben sagte. Ja, aber... Und auch warum man sie überhaupt für den Pool packt. Das ist auch so eine Sache. Deswegen bringt Ubisoft auch so Aussagen wie, in Zukunft sollten wir uns daran gewöhnen, dass die Spiele uns nicht mehr gehören. Was? Ja. Nein, ich wiederhole diesen Spruch bitte. Dass uns Spiele in Zukunft gar nicht mehr gehören. Sondern immer nur den Publisher. Äh. Okay. Dass wir quasi so ein Abonnement machen müssen, um überhaupt diese Spiele spielen zu dürfen. Das kann sie jetzt schon ganz klar sagen, äh, die Spiele werden nicht viel gekauft. Es gab Spiele, die haben das versucht durchzukriegen. Die Spiele wurden einfach komplett geghostet. Nicht schon wieder. Ja. Als Ertrag hab ich keinen Bock drauf. Ist doch eh klar, was es wieder wird. Ja, trotzdem. Der Wille, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Einmal mal richtig coole Maps verblenden. Banco Clubhaus. Noch ein super Spiel. Und wir stehen mir an der Stelle einfach nur... Wir reden hier rumjammern. Oh nein. Ich mach eine Überraschung. Werd gedacht. Bist du schon wieder Anreifer? Bist du schon wieder Anreifer? Komm richtig Freude auch bei dem Spiel, ne? So. Also, äh, es gab ja schon Spiele, die haben versucht, dieses Abonnement-System durchzukriegen. Die Spiele wurden einfach geghostet. Ja. Ja, ja, da, äh, an der Playstation gab's drei Stück. Die haben die Leute ausprobiert, fanden die voll geil, dann hat man aber dieses Abosystem gehabt, was du halt auch monatlich kündigen konntest, und nach, ja, zwei Monaten haben die Leute es wieder gekündigt. Dass wir überhaupt so lange ausgehalten haben. Ey, Spiel hatte ich auch gehabt für einen Monat, aber, äh, ob's danach gekündigt war... Man wird doch nicht mal einsteigen. Nicht ganz ehrlich. Eben. Aber wir sind auch pleite gegangen. Wollte ich mich jetzt nicht? Überraschung! Oh nein, können wir bitte auf den Schokobong zu bannen? Nee. Das ist jetzt schon das zweite Mal im Match, dass Cavera gebannt wird. Ja, ist aber gut so. Ja, bei dem haben wir eine ziemlich gute Cavera, die in der Wurke haben. Wollte grad sagen. Das ist mir egal. Hauptsache Kaffee ist nicht da. Und fuckt mich irgendwie von hinten ab. So, wen spiele ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Spiel doch mal, Jekyll. Nee, kein Bock auf den Typen. Wurmeid. Spiel... Spiel macht's Wurmeid. Ja, das ist auch eine gute Idee, ne? Sibana. Das weibliche Gegenstück. Okay. Oder wie manche auch behaupten würden, seine bessere Hälfte. Ich brauch grad sagen, die chinesische Kopie, aber sie ist ja keine Chinesin. Sie ist Japanerin. Echt? Die artische Kopie. Aber es ist ja dann nichts daran, dass sie seine bessere Hälfte ist. Also von daher... Freideck noch. Kevin. Ja, bitte. Ich denke ich ja so gut mit Elektronik im Auto aus, ne? Wenn du schon wieder so fragst, ne? Was hast du jetzt schon wieder vor? Kannst du Steuergeräte bekommen? Nein. Kann man. Was hast du jetzt schon wieder vor? Muss ich's wohl doch lernen. Du kommst ja nicht rein für ein Tisches. Wo komm ich nicht rein? In ein Steuergerät, um's zu programmieren. Irgendwer hat's ja schon mal programmiert, also musste ich da irgendwie reinkommen. Dann extra Lizenz, um da reinzukommen. Und die kostet ich'n Schweinegeld. Oh, dann nimmst du einfach diesen Kali-Stecker, den es gibt. Hä? Kennst du das nicht? Nein. Das ist, äh, quasi OBD-Stecker für Privatgebrauch. Das ist, glaub, 15 Euro im Monat. Und dann kannst du Fehler-Speicher auslesen und Steuergeräte umprogrammieren. Und zwar, wir hatten das wohl mit dem Abo in 3D schon. Gibt's auch noch gar nicht so lange. Ach, f*** nicht. Ich bin jetzt aber nicht so im Bogo. Wie penetrant kann man sein? Ja, ne. Ich sorge da jetzt nicht nur für den Drift, okay. Äh, äh. Wie penetrant kann ein Maestro sein? Ja. Hm, Mew, schön. Das ist ja noch eine Trache. Er fasst das Gefühl, dass sie einen Mew haben. Echt? Gott, Alter. Ja, Junge. Bei ihm treffe ich wieder gar nicht. Draußen hat ein Disconnect. Ja. Cool. Aber ein Fullflash, ne. Ach, der Maestro hat ein Volk hier gemacht zu der gerade. Cool. Ja, ja. Der Maestro hatte richtig Lust. Auch der ist noch eine penetrante Hure. Losen ist wieder da. Ach, der ist noch eine penetrante Hure. gesundheit übrigens ja ich habe sie einfach bekommen denn gut hat gekostet hat gekostet 30er mehr 180 henschen impact sachen haben wir können ja nicht sein also auch wieder unten habt ihr eigentlich alle dieses neue spiel ja luka spielst du gespielt ich spiel es auch aber aber sobald wo bei einem bei jemand anderen reingehst mit in die runde musste ich einen komplett neuen charakter erstellen dann ist alles erstmal weg was du im single player gemacht hast ich habe eine allebei gefunden am rum na dann würde man sagen jetzt mein keller nur so eine idee alle beton Azami ist dead Oh, Azami, das hab ich doch gehört, das rieche Irgendwo hier ist ne Elevay Ich glaub, die kann schießen hören Ja, die ist, wenn du reingehst, links hinter dem Äh, genau da hinten in der Ecke ist Schön, Kevin Der war nicht so wie geplant, weil sie plötzlich woanders stand Psychospot ist in die Richtung oder hier, wo ich bin lang Oh, nein Hier komm ich jetzt noch eine Tiefe Ah, hier Von hinten Danke dir Hab ihn durch die Wand geholt noch Der war frech, der hat der Wallbang Der hinten ist nicht der, den du suchst Links von dir, Psycho Irgendwo hier Kommt hinter dir, Psycho Da, ja, genau da Krass, hab ich tatsächlich diesmal zum Beispiel überhaupt nicht gehört Ich hab den die ganze Zeit gehört Ich wusste jetzt so nicht, wie ich dir das sage Hinter dir links, hinter dir rechts Alles gut, hinter mir hat schon gereiht Ich wusste ja, dass er links ist Das heißt, er konnte ja nur durch die Tür da kommen Oh, der Capcan, der Capcan war böse, der Kill Ja, Gott, ey Du weißt gar nicht, wie froh ich manchmal bin, dass du Warhacks nutzt Ich weiß nicht, hast du den Kill gesehen? Was? Ne, ich war jetzt gerade leider auf den anderen Camps drauf in dem Moment Also, ich hab einfach nur was durch die Wand gehört, wie der da gedroppt ist Hab durchgesplayt, insten seinen Kopf betroffen Aber in dem Moment hat er noch seinen C4 gezündet Und hat mich damit gezündet Ja, ey, Gladi, du hast das gebracht, was der Capitao vorhin im Match mir gegenüber gebracht hat Ich wurde angepingt, er schießt zwei Meter rechts daneben, einfach durch die Wand, durch den Trifflicht Ich muss nur so denken, äh, Matschik Okay Ah, der Raum Äh Wir haben Mossi Scheiße Und, so ist auch noch Asami läuft nach oben Ich kann mir gerade sehen Ich sehe etwa auf einem Réron de Vue aus Mh Ich darf erst mal Finker raus holen Ich habe mir gerade ist die Asami die Ne Elebei ist hier die gleiche Okay Ja, komm, machen wir eine Damen-Truppe draus Ich gut Ich sei die gleiche Hey, der ist ein gut, dass Asami jetzt die Elebei-Spielerin von vorhin Ist das die gleiche Gegner von gerade eben? Äh Nein Autisties ist der, der vorhin, äh, Blitz gespielt hat Und sich geärgert hat, dass, äh, sein Blitz nicht funktioniert hat Doch Jetzt echt? Der eine, klar Der ist tatsächlich der gleiche, ja Mh? Die anderen sind der Rest Wir haben jetzt Gegner-Clan Lego, das finde ich sehr schön Hehehehe Lego Batman Wobei ich aber Der, der, der passt gut zu den anderen rein Oh, so, also zu, zu, zu Hitachi Wenn du Hitachi in den Haar dran hängst, dann hast du Hitachi und das ist ne Baggermarke Was? Oder ne Festplattenmarkt Hallo? Was? Was? Woher? Wie? So ein Hurensohn ist dieser Batman, Alter Mach weiter so Alter Mein Gott, Alter Ich hab dich grad fast weg gemacht Hehehehe Hey, immerhin, du weißt, du weißt dich zu beherrschen Hehehehe Und der Satz zu mir, richtig Wo ist denn hier eine andere Treppe? Nein, ok Wir haben zehn mögliche Kandidaten in ihrer unmittelbaren Nähe entdeckt Ja, Sami lief ja oben irgendwo rum, ne? Ja, oben sind doch die Auf dem, was du gesagt hast Ich hab zumindest einmal nach oben gerannt Nee, oben brauchen grad noch Schritte Wir sind doch oben Wir sind doch oben War da ein Ping, oder was? Ich denke mal kurz ab, dass ich... GO! Ach, Sami, der Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, als Seiko Ja, 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 ja Ich bin hinter dir, als Seiko Ich bin hinter dir, als Seiko Was soll das denn heißen, Zeiko? Was soll das denn heißen, Zeiko? Dass du generell immer Teamkills machst Nein, ich hab Kevin meint, das Teamkills zu sehen Naja, gut, die Leute, die sind noch schlimmer Also Onspot jammert wer? 30 Da saß einer bei... Mach die Wand auf Mach die Wand auf Kann ich das Ace? Bitte, was? Das Ace, das Ace, das Ace Warte, das Ace, Ace, Ace Weißt du nicht, wo dein Letzte ist? Aber... Da, in der Küche, in der Küche In der Küche Der Wild Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das ein Ace war Klar Wie? Vielleicht war es doch nur ein Vork, ey Ich weiß es nicht Du scheiß Sackgatt, ich war 2 cm vor den Ich weiß noch, wie ich grad umgedreht bin Und mit dem Zacken Gas wieder rausgelegt Warte, ich frag mal anders, Kevin, hast du einen Kill gemacht? Nee Draußen Lass mich kurz nachdenken Eigentlich nicht, nein Fabi Sehe ich so aus? Psycho Ace! Digga, dann würde ich mich jetzt nicht so darüber aufregen Ja, dann habe ich einen Ace gemacht Ja, Glückwunsch Ja doch, ich habe erst die Solis geholt Dann die Asami und dann den Rest Du musst dir das vorstellen, klar Du bist du? Hier bleibt bei der Stehklasse Da im Raum Ich bin grad rein Ich stehe hier und dann kriege ich das Ace Und ich drehe wieder um und renne wieder auf Au Sehr... Sehr wilder Move, Fabi, an der Stelle, ja Hm? Ab Ein Loch aufschießt und dann drunter herkrabbeln So, like Wenn du mir schon die Wand nicht aufmast, brauch ich mein eigenes Loch Ja, und? Problem mit? Nein, geiler Move Das meinte ich tatsächlich so, wie ich es gesagt habe Weil wir gar nicht Was? Ich verstehe dich immer so schlecht, wenn ich Rainbow spiele Ich habe mein Spiel auf 80% Lautstärke Oh Oh, okay Gut zu wissen Was hast du in deinem Spiel? 80% Lautstärke So wenig? Ich habe es auf 100% Hm Ich bin zwar Sound-Hur, aber nicht so eine krasse Sound-Hur wie du Ja, deswegen höre ich die Steps auch teilweise auf die halbe Map-Entfernung Der Satz hat sowas von keinem ergeben Bei mir Ich glaube hier vorne irgendwo Aber wir wissen, was du meinst So ist Lauf-Rucksack So ist Lauf-Rucksack Reloading, Cover me Ja Lass den Rucksack machen, ne Also wer kann bei diesem Fenster warfen, Fabi, ne Da ist jetzt keiner mehr Ne Oder einer dürfte da noch sein, aber wäre ganz gut, wenn jemand von euch da bieten könnte Und rift down the ramp Ah, natürlich ist wieder klar Äh, Zero da, wo ich getötet wurde Der brengt jetzt erstmal ein bisschen Oh Hast du das gesehen, Fabi? Ja, ja Oh Äh, Ram oben Das haben wir aber die ganze Zeit schon gesagt Ist jetzt ein Connector Fabi soll ich schwein? Ja komm, du kannst sowieso nicht mehr so viel leben Zero on ping 1 Uh, ping 1? Da? Ja, hinter der Wand ist er jetzt Nee Also der hat dich nicht bemerkt gehabt, Glasi Ach, nee, nee Der hat dich nicht bemerkt gehabt Aber der eine Kill war schon wieder rost und frech, ne Kevin! An der Tür, Alter, das ist, das Prefire war halt einfach wild Das war tatsächlich glaube ich auch ein Tootip oder so Mhm Alter, ich bringe noch sowieso nichts, warum spiele ich überhaupt noch? Ich carry dich, deswegen heiße ich ja auch Rucksack Fabi, du sagst du bringst nichts? Ja Guck dir mal meine Statistiken an Ja, aber du bist weniger gestorben als da Du hast drei Tone weniger Aber trotzdem nur die Hälfte der Punktzahl, also Beschwer dich nicht Ihr seid viel sympathische Platzhalter Nee, nee, nee Als Wendys, doch, doch Bloß, was man von euch kriegt, ist Information Richtig, die Wendys schreien einfach nur doof in der Gegend rum Hätt's überhaupt was sagen Genau Oh Gott Was ist das denn? Hm? Nein, alles gut Also ich kann doch über dich die Stimme hier raus holen, wenn ihr wollt Oh Gott, was ist das denn? Cursed I call Cursed glase ich muss dann wenn du wieder so anfängst zu reden muss ich gleich die polizei rufen. Deine kinder dürfen nicht spielen oder nicht spielen. Hol' ich los Luka, der kriegt Alpträume. Was? Ich will Luka holen, der kriegt Alpträume. Oder der hat schon Alpträume von dieser Stimme. Voll schlimm schon. Spotted by Scan, warum die die scheiß Drohne hier drin stehen. Ich weiß nicht. Wo ist Solis? Wandel. Vulcan ist bereit und Xavier macht. Die Fick? Was Fick Fick? Wir haben Jacky die Wichser. Ich hab Schick gesagt aber ja. Jacky holt Zero. Ich bin in die Richtung. Fick Fick? Zero was? Hier geht wieder auf. Wahrscheinlich nur Standard-Strat zu sein. Kann das sein? Bei mir im Gang ist auch noch einer. Ich würde da nicht hingehen. Da vorne ist ein Gegner. Da vorne? Ja, Kevin. Da ruhig geprinkt haben. Ja, guck da grad hin. Hinter mir sind auch Gegner im Fenster. Machst du die Door? Weil dann habe ich die hohe Zeit. Kann los. Stopp da hinten. Gehen Alarm habe ich gehört, Freundchen. Also an der Door ist einer. Ja, genau da. Brennschlampe. Brennschlampe. Top. Das Rasten Headshot war mit der fucking Bayliff. Es hält. Es hält. Schön. Ich hab mir noch nie so ganz lustig geholfen. Also wer auch immer mir das Fenster aufgemacht hat, war ein Vollidiot, ey. Der Rucksack war da. Der Rucksack war ganz schön schwer. Ja. Fick dich. Sorry. Ich weiß auch nicht, warum ich heute nicht treffe. Aber heute ist einfach nicht mein Tag. Ich hab heute irgendwie nicht das Feeling. Du, das hat dich bis zu dem Game auch nicht. Ich hab mich da eigentlich nicht eingeladen. Mann? Das hat Kalko jetzt gesagt. Daiko? Nein, ich hab dich lieb, Fabi. Daiko? Nicht drauf kommentieren. Daiko? Ja. Fick dich. Ach, wenn du mich darum bittest. Ja, ich dachte, Ubisoft Connect nicht öffnet. Bravo Pack. Legendary. Uuuuh. 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 5.32, so darf ich. Frozen wird eingeladen. Frozen wird eingeladen. Frozen wird eingeladen. Noch 29 Level, dann hab ich den Battle Pass durch. Respekt. Uuuuh. Äh, ich habe jetzt gerade... 35 vor mir. Ja, gut 32 hab ich jetzt gerade. Also 68 fehlen wir mal. Was für 35 vor dir, Kevin. 35 hab ich noch vor mir, Entschuldigung. Ach so, du hast noch. 35 hab ich noch vor mir, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ich werde mich die ganze Zeit weiter beschweren, ne. Ich werde mich die ganze Zeit weiter beschweren, dass wir diese Map kriegen, weil ich sie immer noch nicht mag. Ne? Sie ist auch lästig, geb ich zu. Ich sag mal so, wenn wir alle die Map kennen, dann beschweren wir uns nicht mehr so stark, wenn sie so oft kommen. Ja, das Problem ist, die Map ist so abgefuckt, dass du sie nicht kennen kannst, im Endeffekt. Du hast den ganzen Tag nichts anderes. Die ist viel zu groß aus. Ja. Es ist, äh, tatsächlich... Viel zu groß, viel zu verwinkelt. Äh, ich würd tatsächlich auch behaupten, das ist die größte Map im Spiel jetzt. Weißt du, Nighthaven ist ja noch irgendwo machbar, ne? Aber die ist halt echt asozial zur Hölle. Ja, aber jetzt... Letzt machen wir zwischendurch so einen schönen Klassiker, weiß nicht, so Clubhouse, Barank, irgendwas oder sowas, ne? Im Gegensatz zu Leia ist Nighthaven ja auch wohl ne Minimip, ne? Guck mal. Kai, wo bist du? Äh... Erstmal mit der Bann. Emeralds. Emeralds. Aber die Gegner bann Skyscraper. Warum? Oder wollt ihr Emerald-Planes spielen vielleicht? Nein, ich... Emeralds finde ich gar nicht so schlecht. Ich mag Emeralds nicht. Jaaaah. Outback, Outback ist auch schön. Wobei, es kommt drauf an. Können wir Solus bannen? Ist die einzige... Ist die einzige Voraussetzung von mir. Können wir Solus bannen. Warum? Und ich finde, wir dürfen Cavera jetzt hier mal ne Chance geben. Müsste ja. Okay. Ja, geschehen. Aber wir bannen nicht Clash. Nein. Deswegen sag ich ja, bitte Solus. Danke. Ja. Dann, äh... Und in der Attack nehmen wir einfach mal Blitz. Okay. Lol. Warte mal. Wen haben wir deinem Gegner zu? Äh... Funktioniert dein Tracker? Nein. Der... Der hat mir vorhin einen Fehler mit mir ausgespuckt, dass der in den nächsten 2-3 Tagen nicht funktionieren würde. Ja, weil mit diesem Patch draußen ist. Seit 2-3 Tagen. Deswegen ist auch SMG-11 hat weniger Schaden. Caveras Shotgun hat ein anderes Recurl Pattern gekriegt. Das war ein bisschen... Und die sind jetzt... Ich bin jetzt aber gerade überrascht über Logitech G, das ist eh noch die XO-Datei-Tracker. Ich sage aber auch tatsächlich jetzt mal so, wenn sie jetzt kefft waren, was sie nicht tun... hohohoho das wird lustig ja aber die kannst du so leicht ausspielen auch wieso die älter Schilde ne? 70% der Leute die die beiden Charakter spielen sind einfach nur scheiße mit den Charakteren und dass die anderen Prozente hier sitzen so ich spiel jetzt einfach Gridlock und Mossi weil es deren Map ist Ficklock wie willst du denn jetzt beide gleichzeitig spielen aber ja gut ja klingt doch noch im Plan oder? ja mach mal F90 oder LMG? LMG Mwäh Mwäh sind beides starke Waffen ja weil ich zugeben muss ich mag ihre LMG tatsächlich nicht weil das Magazin ist zu klein das ist ein 70 Schuss das ist ein MG da brauchen mehr da muss mehr Schuss rein nicht nur so ein Pilzmagazin in der Seite da gehört so ein Kettenmagazin wie bei Capitao drauf das ist richtig das ist richtig wenn ich sogar schon Flakke schütze ne Flakke ist es nicht MG ja Flakke schütze nein Hallo ich muss dazu sagen ich vermisse meinen alten Katschanka Hi ja das aufstellt euch hallo Echo nein scheiße naja wer ist der letzte die 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 du ich würde sagen ein bisschen du Prozent noch parole noch Noch nicht aufmachen, noch nicht aufmachen, jetzt. Der hat sich getraut. Ein Fehler. Kann ich jetzt? Wat für? Wat für waren beide daneben? Wo? Scheiße! Wo? Oben Kite, im Schlafzimmer, was zwei Stück? Leute, hallo? Wie, Glaser, du kriegst nix mehr halt. Kevin soll ein Film machen, das haben wir nicht gesehen. Nicht gut. Komm Kevin. Nein! Der ist das Cavera und die ist bei mir in Play. Ja. K-Room. Aaaaaaah. Nee. Hör's an, Leute. 3 HP, warte. Warum muss der von allen den Cavera übrig bleiben, die von hinten kommt? Hochmensch. Tja. Nein. Kevin? Ja? Du bist ne Enttäuschung. Ja, ich weiß. Ohohoho. Aber wir spielen trotzdem gern mit dir. Ja, dankeschön. Aber immer noch vielleicht so ne für Migrantenenttäuschung. Das wär so ein schönes Team Ace gewesen. Ja, ich hätt's auch schön gefunden, aber Cavera war ein schneller. M-M-Migrantenenttäuschung, was? 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 Wie geht's jetzt? Wie geht's jetzt? Aaaaaah. Aaaaaah. Ach, scheißen Derek. Dereck'n Scheiß. Dereck'n Scheiß. Dereck'n Scheiß. Holzkopf. Was? B-D. Sie haben ein Paket dazu schlungen. Scheißdack hab' ich, was nicht DPD ist. Ha! Was DPD? Diese wunderschönen Fake-Paketdienst-E-Mails. Ach so. Die seh' ich gar nicht, weil die landen bei mir direkt im Spamort. Ah, das kriegt irgendwie Microsoft nicht so ganz geschissen. Weiß auch nicht warum. Also bei mir laden sie aus die ganze Zeit direkt im Spam-Ordner. Hi Mira. Und ich muss dazu sagen. Ich hab' halt, ich glaub' ich bekomm' am Tag sechs von diesen E-Mails. Guten Tag! Läuft? Und ich hab' schon mal auf eine geantwortet mit. Denkt ihr, ich bin echt so dumm? Und klick' da drauf. Ich klicke halt generell auf keine Links, die ich per E-Mail kriege. Ja. Ja. Same. Egal, ob's jetzt von dem... Action, also Ledger-Hersteller oder sowas ist. Oder nicht. Also es gibt ganz sicher einen Link, auf den du draufklickst, wenn der E-Mails ist. Wenn du auf Passwort vergessen geklickt hast. Ja, aber das ist ja ne Expected E-Mail. Ja, aber ne? Pauschal? Ja, wenn ich, wenn ich auf ne E-Mail warte, wo ich weiß, ich bekomm' einen Link drinnen sein Will. Da klicke ich drauf, aber so fremdlich ist, würde ich das auch nicht klicken. Ja, okay. Da klicke ich auch nur sehr selten auf. Expected E-Mails. Links. Wieso ist Kai nicht tot? Hallo? Da ist schon wieder? Alter, hast du mich grad erschrocken. Da vorne war Kaff drin. Da vorne? Hier rechts. Ja, hier rechts war Kaff drin. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch da ist, weil ich hab's wieder so ein bisschen aufgesteckt. Oh, das war ne Echo. Warden? Trau dich noch einmal in den Kopf rum. Fick dich! Kaff tot. Das war ne Caveira. Ja. Noch einer, der möchte. In dem Loch. Ach komm schon. Er wurde getroffen von mir. Ist nur Low HP. Ah! Ah! Scheiße! Ja, kalt. Das war ja pretty stupid, ne? Here we go. Schauen wir durch die Cam. Ja, Moment. Äh... Ich seh die falsche Seite von der Cam. Kann ich ihn nicht auch durchmachen? Nein, nein. Das kann nur noch so überhaupt. Bei den Betten. Letzter bei den Betten. Warden. Betten? Hier hinten drin. Da hab ich gerade einen. Der ist Low HP. Der ist Low HP. Also ihr könnt drauf stürmen wenn ihr wollt. Ja! Nicht da. Nein, brach! Neeeee! Hehehe! Brrrr! Man muss an der Stelle, muss ich Ferris haben, sagen. Der arme Fensterramm, er tut mir sehr leid. Ich möchte mich in aller Förmlichkeit bei ihm entschuldigen. Also Kevin, du bist echt ne Enttäuschung. Der Einzige, der jetzt beide Runden geschoben ist, ne? Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Ja. Besser ich sterbe, als ich schieß euch ne Sniper rein. Siehs mal so rum. Aber du hast nen Kill gemacht. Immerhin. Siehste? Und eigentlich nen harten Assist of Warden, aber das lassen wir einfach so stehen. Also Kevin, wenigstens machst du nicht dasselbe bei uns, wie du bei Luca und Psycho gemacht hast. Ja. Das, genau darauf wollte ich hinaus. Und beide gekillt? Und Kevin? Ja. Luca kommt grad durchs Fenster und kassiert instant nen Tap von mir mit der Sniper. Du kriegst an mir vorbei, das war auf Clubhouse. Du kriegst an mir vorbei und ich schneller dir auch noch einen rein. Im Bett, im Schlafzimmer. Im Bett? Oh. Oh. Da kommt er grad im Bett am Kriechen und ich hab ihn einfach weggezwirbelt. Hab ihm ganz langes Kaliber reingedrückt. Ähm. 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 Da kommt er es nicht. Also, also ich hätt jetzt nen ganz miesen, aber den haue ich jetzt nicht raus. Das ist dann, wie sie zu fies. Ähm, komm mach doch. Ja, das ist gut. Was, deine Haare? die auch jetzt sind im büro rum ich hab doch gesagt ich sage ihn lieber nicht ich habe keine ahnung ich habe den ja nicht so verstanden ich glaube das ist besser so ich habe ihn nämlich auch nicht verstanden ich bin der drucker ob ihr wollt und nicht ich bin der drucker ob ihr wollt und nicht ich bin der drucker vor allem vor allem morgen das war zu spät, Frost legt grad die Matte oh mein Gott, der steht da einfach in der Hand Ich hab's doch nicht gesehen, aber nee! Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wo geht's her? Hinter dir? Hinter dir? Der ist auf Toilette. Hinter dir kommt der Spaus. Oder auf Toilette? Nee, weiter links. Da. Warum hilfst du? Fuck! Der zweite Schuss kam nicht mehr an. Lustig, dass du ihn am Ende sogar noch getroffen hast. Egal. Versuch Tarzan nachzumachen oder so. Das war... Wollte grad sagen, das war König der Löwen. Naja. Auch Disney! Immerhin! Ja, nah dran. Und auch sehr natürlich angehaucht. Ich hab das von Frozen grad akustisch tatsächlich nicht gehört. Bin ich schon wieder so leise? Nee, ich hab drüber geredet. Das ist das Problem. Der Stimme beim Kopf ist lauter wie du. Ja, 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 ja. Echt? Weißt du? Weißt du? Kevin will dir einfach nichts hören. Ja, ja. Kevin will einfach nichts hören. Dein Job machen, Kevin, ey. Du brauchst es nicht mehr richtig. Was? Damit du auch noch was tun kannst. Wie sieht denn der Boden hier aus? Was? Was war die Schrotflinche? Hat man die Schrotze? Da kann ich nichts hören. Cool. Nichts reinforced. Egal. Egal. Oh. Ich seh's gleich. Ihr solltet mal anfangen zu reinforcen. Ja, ich fang ihn schon an. Gertet. Seid ihr drüben was quasi? Ich weiss nur, dass sie in dem großen Iana dead. Die haben Jekyll und Twitch und nen Bug. Raum vorne bei A. Bei dir alles rüben. A, der ist ein Schau, äh, vor Schauers. Fick dich Carly. Oh mein Gott. Carly sitzt vor A. Direkt vor A. Oh, 9,0. Carly dead? Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Ja, die sind schon on-spot. Wo? Hinten im Kinderzimmer. Ganz hinten durch, ja. Pass auf im Hallway. Nice. Letzter hinten im Kinderzimmer. Ja. Auf Paying ungefähr. Im Hallway scheinbar. Genau. Dann geht's aber nicht mehr sehen. Doch, jetzt. Redping. Alles schön. Ach loll, Fabi, hat er den Diffuser. Oh, ich hab's erst gesehen. So wie doch ein TikTok. Hä? 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 Wie ich, der die ganze Zeit nebenbei am Essen ist. Oh, spiel ich jetzt die P10 oder die Kommando? Was spiel ich? Welche Waffe? Kommando. Okay. Diesmal sind sie sich einig. Sehr gut. Schleckeis. Ja, muss, ne? Nebenbei, Frozen. Schönes Skin. Auf der Waffe. Ich find das Skin einfach nur absolut geil, ne? Eine der wenigen Dinge, wofür sich das Event gelohnt hat. Aber wir haben nicht mehr Weihnachten. Ist doch scheißegal. Ist doch kein Winter. Ja. Weißt du, was ich dazu sage, Dazi? Ja. Wichtig. Hm. Kann ich, kann ich nicht irgendwie selbst umbringen gehen oder so. Das hab ich mir auch grad gedacht. Aber sie hat nun mal Katzenhörchen. Das ist mir doch scheißegal. Hi. Ela hat auch Katzenohren. Ja. Die macht auch Miao. Von Siege Tales. Bruder. Komm mit der Drohne zurück. Ich saß dir. Ich saß dir. Komm her. Hab Bock auf dich Drohne. Komm her. Ich hab ne Drohne gehackt. Weil ich einen Hacker bin. Ja jetzt denke. Du bist ein Alpaka, mehr bist du nicht, Dazi. Der Hacker. Der Hacker. Ja. Der Hacker. Der, der, ja. Der Hackflash hast ne Zerhacker. Der Hacker. Ist das richtig? Wir hören dir auch gerne Kalien. Wir haben Fenster, ist einer. Bogenfenster. Oben im Garage drin, ne? Spam aus Sharkvater. Wir müssen Büro saufen. Hey. Idiot. Niauch. Saiko, alter. Fabio, so fein. Ja, weil ich hier die ganze Zeit mit einem am 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 Pikadoodeln bin hier. Oh, noch einer Inside, pass auf. Hey, es kommt und Jack ist dahinter. 1, 2, 1 und Kaboom. Soka noch oben in der Garage, unten im Connector. Connector. Oh God. Ace im Sidebüro. Poker immer noch vor Büro Tür. Ungefähr aufgegen. Jetzt geht's drin. Wir reden nicht drüber. Klar, sie. Am Spot. Noch Silent Step. Fight on Spot. waits, oder wie ist drin? UnduurSE? Wir sind blockключbereitge. Wie Unlucky. Blöcke ist hier Eigentlich müsste ich jetzt, eigentlich müsste ich die jetzt schon fertig machen. Na dann. Na tust du auch, ey. Bitte mach es einfach für das Schwertz, der irgendwas ich gerade auf dem Spiel nicht habe. Dann wird Ella rausgepackt. Ne, ne, ich hab's nicht gesehen, keine Sorge. Das behalten wir für uns. Was ich da gerade gesehen habe, das war ja... Na. Wie gesagt, brauchen wir nicht drüber reden. Was hat dich dazu eigentlich veranlasst, da schon anzufangen zu schießen? Ich dachte, wir reden da nicht drüber. Ich will aber die Hintergründe dahinter verstehen. Und dann können wir nicht mehr drüber reden. Ich will ja wieder keine Reinforcen hier hinten. Psycho, weniger TikTok! Hier mal. Psycho, Biker. Zweite Sekunden. Schatz, wie weniger TikTok, mehr Moments. Richtig. Mami. 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 Hör doch mal auf, TikTok zuschauen. Nein. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Seid jetzt alle auf meiner Etage. Ich geh ja schon unten in den Shark rein, ist ja gut. Verpiss dich, Kevin. So kapitelt. Red. Wo soll ich das wissen? Der hat dann gerade einen kurzen von mir kassiert. Oh, was ein Lucky Hit von dem Dude. Ace unten im Flur. Oh Gott, halt. Wer kommt zu dir? Klausi. Das ist Jekyll. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, Jekyll oben. Bisschen gut denn? Der, der Droning Game ist schon... Bisschen gut. Unspot A. Letzter. Unspot A. Ne, B. Moment, es war B. Guten Morgen! Jaa. Nacht. Pupp. Eindeutig, dein Bandit hat ne coole Gang. Bei uns Katzenmaskottchen ist ganz wild unterwegs. Hey. Ich darf wieder einen... einen melden. Noch ein Game und dann bin ich über 315. Endlich, Emerald. Now it's Road to Diamond. Was bin ich denn, der Fallweiler? Darf ich nie gucken. Nix. Kurze Pause, bin gleich wieder da. Okay, also wir sehen Frozen heute nicht wieder. Ich glaube auch. Oh, Bravo Peck. Pssst. Eindeutig. Eindeutig. Ne scheiß Uniform. Im Ultra-hässig ist für Mehmet. Ja, ich darf morgen wieder fahren. Sowieso morgen fahren wollen. Weil ich wieder zurück in die Kaserne muss. Hm. Ja, stinken, wenn ich durche, an einem Sonntag. Ist ja jetzt jeden Sonntag gefahren. Hm. Wozu Sprengsätze nutzen, wenn man es auch sein lassen kann. Hm. 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 Da sind ja so zwei Operator, die noch keinen Hintergrund haben. Wir sehen ihn heute doch noch mal. Ach, dann kann ich da starten. Zeiko, du bist nur auf TikTok, ne? Ja. Das war ein Jahr. Wenn auch rein etwas spät ist, nachdem schon gesucht wurde. Aber es war ein Jahr. Nö. Ne, das Jahr kam vor, bevor es losging. Ah, okay. Wollte ich gerade sagen. Das passte soweit. Im Moment, wenn ich mir extra ein Wrestling-Skin hole, weil ich die Frisur von der... Schon belastet. Ich weiß gar nicht, was du meinst bei Frauen. Ja gut, okay. Granted. Aber ich habe auch das Kitty-Outfit bei ihr. Deswegen habe ich den Headgear drauf. Ich will, ich will nicht sagen, aber das Kitty-Outfit in Kombination mit der Headgear ist aber wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Ne, ich habe glaube ich bei Frauen ein Wrestler-Outfit mit Kitty-Frisur. Okay, umgekehrt. Ich will ja nicht sagen, dass das ein Steel-Crush ist, ne? Lack und Leder, beziehungsweise, ne, es ist ja Rock. Die war ja die Rockerin. Trotzdem Lack und Leder-Rockerin und dann so ein Blüsch-Headset. Weißt ja nicht. Warum müssen wir eigentlich immer zuerst attacken? Keine Ahnung, weil das Spiel doch ist. Ja, Jungs, wisst ihr, was erstmal nachdem ihr Rambo mit dem Rambo-Fertig sind gemacht wird? Den installiert. Fappen. Nein und nein. Ich schaue erstmal, ich schaue erstmal die neue Episode Solo-Leveling. Gönn dir. Kommt euch das gleich hin aus? Hashtag Zip. Äh, komm, Osa weg. Nock, okay. The last set is second. Nock war auch nicht schlecht. Ähm. Boah, dann Mira weg. Ja, 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 ja. Ne, ne, komm, Melusi. Ihr bannt halt auch einfach meinen Main weg, ihr Wichser, Alter. Ja, wird mich denken, wenn ich du wär doch. Ja. War sie? War sie? Wie wär's, wenn du einfach mal die Fresse hältst? Sorry, irgendwo muss meine große Fresse raus, aber geht das nicht. Aber nur, wenn's dir gerade in deinem Workflow passt, ja? Work oder Workflow? Workflow. So, wir spielen hier. Was hab ich hier primär mal gespielt? Tatsächlich Nomad. Hier hab ich angefangen, Nomad zu spielen, tatsächlich sogar. Ich wollte gerade erst sagen, äh, wie wär's, wenn ich dir in die Fresse schlag, Fabio? Aber dann ist mir eingefallen, du machst gerade eine Soldatenausbildung. Nicht so gut, die Idee. Ich bin schon durch mit meiner Ausbildung, ja? Theoretisch, praktisch gesehen, sind die scheiße. Oder hat sich das jetzt geklärt, das Thema? Was? Dass der, dass die eine Prüfung nicht anerkannt wird. Ah, nee, nee, das hat sich nicht geklärt. Ja, siehste. Ich scheide auch bis zum, äh, bis Mittwoch jetzt wieder aus, aber, äh, meine Ausbildung hab ich trotzdem. Wie, wie nennt man das dann? Quasi-Albzäuert, oder? Nee, 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 nee. Das ist schon absolviert, bloß. Das ist eine längere Geschichte, muss ich dir auch Stream erzählen, weil ich glaub nicht, dass das ein Thema für den Stream ist. Okay, ähm, muss ich, muss ich dann, äh, Popcorn bereithalten, oder? Weiß ich nicht, musst du Kevin fragen, wie, wie spannend das war. Hey, ist die, ist die Geschacht, ist die Geschachter, ja. Die Geschichte, ein Blockbuster-Welt. Ein Blockbuster, dafür, wie komisch das Militär läuft, ja. Er hatte zwei, okay, wo? Okay, da war ich Popcorn. Ja, da war ich. Da warst du Popcorn, eh, bitte. Ich hab' kann, wie oft möchtest du noch gescannt werden? Ja. Es ist eine Frechheit, dass der da drunter ist, überlebt, Favi, ne? Irgendwo wird das Bompeak da oben. Ja, ja, pass auf. Der wird's oben gesucht. Der wird sterben. Hab ehrlich gesagt, jetzt mit zu tun. Hab ich? Da ist was? Ich hab's überlegt. Wir sterben, ja. Was, ich soll sterben gehen? Was ist denn, was? Willst du sprechen? Das ist ja nicht. Ich hab' einen dreckigen Teilen Pisser. Freut ihr, das kann man auch zu zweit spielen. Der letzte nicht identifizierte Operator ist eine Thunderbird. DCTV ist clear. Ja. Okay. Ja, total. Ja, ist ja keiner hier, oder? Ja, kippst mit dem Arm-Rinner rum. Gerade, wenn ich die andere Cup-Conflug nicht weggemacht hätte, wäre es der beste Tod gewesen. Gegenüber ist einer. Hier ist jemand. Ja. Entschuldigung. Gilles, ist ein Wort? Ja. Wo hast du ihn geinjert? Ja. Ach, der Lord sitzt in dem Räumchen. Hä? Oh, sega. Nee, hinter dem Schild, Kevin. Wo war der? Ich weiß nicht, wo Thunderbird war. Ich kenn den Spot. Du kannst reingehen, Kevin, und dann hinter einem Schild. Und da jetzt um die Ecke dann rechts irgendwo. Also nicht links, sondern rechts. Okay, er hat sich gemoved. Das hab ich mir fast schon gedacht. Finde auf B in der Ecke, hinter der Half-Core, Fabi. Auf B. Pass auf, auf B. Das ist noch keine meiner Air-Jabs getriggert. Oh, lol. Es ist nur noch der Lord. Ach, jetzt ist er in den Air-Jabs gerannt. Fick dich. Was ich mich frage, was ist da noch explodiert, nachdem Fabi gestorben ist? Meine Nate, die ich in der Hand hatte. Ach so. Um ihn wegzusprengen. IQ hat ja Nates, stimmt ja. Schade. Also schade, dass die Nate nicht mehr getroffen hat. Irgendwas. Ich konnte es ja noch nicht mal werfen mehr. Wait, Blitz ist frei. Hype Train. Tschuck, tschuck. Dann sorg ich für die nötige Stimmung hier. Der Fenrir war auch wieder geil. Ich komm da die Treppe hoch, guck nach rechts, er sprintet voll in mich rein. Ich hab keine Ahnung gehabt, wer da am Anfang versucht hat, mich irgendwie zu pieken, nennen auf den Balkon, aber er hat sein Echo gekriegt. Das erste Mal, dass für mich Sidestep schießen wirklich funktioniert hat. Aber wie hast du den Capcom geinjured? Tatsächlich hab ich durch die Tür bis nach hinten durchgeaimt und ihn angeschossen in dem Moment. Ja, ich hab den dann gefinished, aber nur ein Kill ist es gekriegt. Obwohl ich dachte, ich hätte den geinjured. Ah, ne. Wir haben ihm wahrscheinlich beide einen Kopfschuss gegeben anscheinend. Oder ich zumindest ihm... Also ich muss dich enttäuschen, ein Headshot war das nicht. Ja, 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 Bodyshot. Eher richtig. Wir haben den Vigigel. Vigigel. Vigille. Vigille. Vigille, Vigille, Vigille. Vigilanzo. Mal gucken, wie sie meine Drohne finden, die ich normalerweise als Sensor habe. Juju, was rannt ihr denn da unten an? Ein Kite. Bounted Main Entrance. Hallo. Oh Gott. Hallo Vigigil. Da schnitt ja ne Drohne in mir. Oder vor mir. Ist Vigigil jetzt weggelaufen? Als ob der das riskiert. Hört, 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 hört. Oh, fuck. Oben ist Alibi, wo ich gestorben bin. Wie habe ich das überlebt? How the fuck did I survive that? Alibi unten. Ich bin Archive. Oh, Alibi, kann man bei dir rein? Ja, hallo? Ich muss jetzt nur sagen, die Versuch von deinem Spitz-Distracken. Oh Gott, hallo Kai. Kai ist im Badezimmer. Alibi, du bist weg. Kai hat immer noch im Badezimmer leuchtet. Allebei weg. Henry ist auch noch irgendwo unterwegs. In die Richtung. Das heißt Kai ist... Kai ist alleine uns bei. Ja. Solo-Leveling im Badezimmer. Ah, Fenrir ist in Konferenz. Äh, genau. Security. So, Kai, den Bart, Frozen, runter mit dir. Die lebe ich immer noch. Runter mit dir. Wow. Was, nur noch 14 Sekunden. Komm jetzt. Muss jetzt da rein und blenden. Super. Den Bart. Natürlich injert mich. Seit wann macht das mehr als 20 Schaden? Nie. Ich bin halt legend mit ihm in den Kreis gelaufen. Seit wann macht ein Aruni-Gate mehr als 20 Schaden? Wann haben die das geändert? Weil, Mami. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß doch nicht, was ich spielen soll. IQ. Doker. Blitz. Auch gut, auch gut. Leuten einfach mal auf den Sack gehen. Genau. Okay, ich stehe jetzt die ganze Zeit am Spawn und spamm das Ding durch. Zum Beispiel. Aber bitte nicht so konsequent durchziehen. Bisschen strategischer. Okay, also warte ich eine Sekunde dazwischen. Hopp. Am besten so eine Minute warten. Ja, eine Minute noch. Thunderbird. Hallo. Hallo, Kai. Okay, letztes Angebot meinerseits gerade die 35 Sekunden. Schön. Jetzt wirst du greedy. Das ist ein Verheilungs-Puff. Ich habe ein Problem nicht. Das arme Wüthchen frozen. Ich habe dir nichts getan. Wir rannen mal. Du bist du arsch an. Du wohnst ja die Scheißkantel aufgeschossen. Du hast ja die Scheißkantel aufgeschossen. Ich bin forgiven. Boing. Oh Gott. Boah. Natürlich. Auf dem Spot sind maximal zwei Leute. Okay. Der hofft da. Der hofft. Ich habe wirklich keinen Blitz nicht gesehen. Meine Kette. Hände. Hände. Drei. Ganz rein, Fabi. Anrufen. Also ich meine, Frozen hätte noch einen beschisseren Spot zum Plan nehmen können, aber ja. Nö, er kann den absolut easy abcampen. Ja. Die können nicht durch hier so eine Runde gesehen zu werden. Von draußen hier. Das ist immer noch besser. Hallo? Wie sollen sie da hinten sehen? Hallo? Hallo? Fabi? 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 Aber schöne Runde. Fabi? 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 Ähm, der hat eine Runde raus geht. Das ist einfach nur rein. Prima, Fabi. oder Luca. Im Ort der Ruhe und der Stille. Das stimmt ist, ich habe auch ein Wireless-Headset, aber ich habe dafür das Mikro nicht dabei. Ja, aber das ist auch nicht so irre. Du bist das schönste in die Küche oder sowas. Nein, ich nehme euch auch mit aufs Klo. Alles klar. Aber! Ich höre euch nur zu. Scheißegal. Seiko, du scheißt nicht mit Hintergrund-Sound. Irgendwie noch so mit Musik oder so. Irgendwie mit Kerzen oder Musik noch so im Hintergrund. Tick-Tock, aber das ist trotzdem Ruhe und Frieden. Nee. Nee. Nicht akzeptiert. Doch. Doch. So ein Teil, was war das denn? Penis. Wie lange meint ihr, brauchen die, dass sie mich aus CCTV raushaben? Ja. Ja, komm. Warum hat Kevin's Tür abgebrochen? Weil dein Internet-Scheiße ist. Ich wollte gerade sagen. Brille-Bombus-Leiter. Vom Feinsten. Klasse 1. Ich habe keine Benachrichtigung, dass mein Stream jemals abgebrochen hat. Also von daher, dein Problem. Bei mir läuft ja die ganze Zeit weiter. Danke für den Beweis, Klasi. Okay. Ich habe noch 3000 Kanalpunkte, dann bin ich im sechsstelligen Bereich. Tapping. Guck, das wird so aufgeschlagen. Riffi. Nein, da kommt was in CC. Wieso sind da zwei Leute? Was heißt da? Warte, Alter. Mitteln stairs sind zwei Leute, beziehungsweise West Side Stairs. Die sind auf A drauf. Halt's! Oh! Geh, psycho. Geh. Gridlock, half HP. Kommt zur Tür, Frozen. Ist jetzt hier auf King. Haben die vorne auch was? Nein, sonst keiner mehr auf. Die haben nur A auf B. Äh, hinter dir ist grad was gerappet, Fabi. Sollen sie doch. Auf Bombe B in der Cam ist ein Gegner. Der weiß, dass du da bist, Frozen. Deine Valecam. Die sind gehackt. Ah, danke. Vigil, du bist auch gesehen, Fabi, über dir. Okay. Jetzt wird er dich nicht mehr sehen. Aber die wissen trotzdem, dass du da stehst. Dritte ist auf A. Lass dich noch da. Nö. Dann kann ich dir auch nicht sagen, wenn einer auf A drauf geht. Das sind so richtige Pixiepeaker, die Wichser, ne? Das ist schlimm. Solche Cam-Guy, ja. Immer noch weg, geh bei mir. Bei mir sind zwei, bei mir sind zwei, bei mir sind zwei. Immer noch zwei, 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 zwei. Pound und einer. Genau da. Schön. NOMAD 20. Sehr schön. Alter. Das Timeplay war gut. Dieses Ding jetzt, leider war NOMAD grad noch da, deswegen hat NOMAD mich holen können, ja. Ich fühle genau diesen Moment, weil genau das gleiche ist mir unten passiert. Ich bin in genau die gleichen zwei Gegner reingerannt. Hätte ich gewusst, dass NOMAD da ist, dann hätte ich aber auch nicht die Piste rausgeholt, dann wäre ich auf beiden mit dem Pee losgegangen. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich genauso gefühlt wie du. Ich werde nicht behaupten, dass sie sich gegenseitig Schwänze halten, ne? Doch tun sie. Weißt du, ich komme da rein, schieße auf die NOMAD, siehe den Jekyll und bevor überhaupt drei Schüsse auf die NOMAD gehittet haben, Und dann Nawen switche ich einfach auf den Jekyll ohne Grund. Ich konnte mich einfach nicht mehr entscheiden. Nöööööööööööööööööööööööööööö. das nur den Kurzbeschein, wenn's losgeht dann hat der Jack in mir einen No-Scope also wenn die Runde richtig losgeht, nicht Vorbereitungsfragen wie wär's mit dem Helfen renforcen? hab ich das GEM als als Kev? Nein, wir haben aber mal ne Idee! Nein! Ja Oh! Baaah Herzlichen Glückwunsch, Leute, ihr habt mich durch den Castex gemacht jetzt Wollt ihr mir jetzt noch in der Ahnung kriegen, oder was ist das für dich? Ja, das ist der Plan Pass auf, hast du einen GPS-Tracker an dir dran? Pass auf, Klazi, sonst komm ich dich gleich besuchen So tut gut was ist das Jesus? Ja Ich gehe gleich, bis dann was ist das, was ich hinterhergebewerbe, was ich bin? Was ist das, was ich diese Bewerbe zuerst? Was ist das, was ich übersteigt? Die Bewerbe zuerst? Was ist das, was ich dich bis zum anderen? Ja, ich bin zu Hause, der Bewerbe zuerst. Was ist das, was ich überraschend, Ja, ich bin bis zum anderen, Du bist voll, was ich bin bereit? Okay Setz den Platz! ... Ich binじゃない, was ich gleich im Absatz? Hilfe! In Armory ist was, Fabi? Ich hab Doka-Ding, ich muss kurz... Hatte ich auch. Armory, hast du gesagt? Ja. Weißt du nicht, wo genau in Armory? Ja. Ich lass durchklingeln bei mir. Oh Gott, ja... Wo? Wo? Nicht Armory, sondern das da drunter, das Ding... Werkstatt. Ja, RKF. Sauber. Armory war im Widercam. Zwei sogar. Du hast ihn, oder? Ich weiß nicht, ob das der oben ist? Na doch. Maverick ist unten im Server am Schweißen. Armory ist keiner mehr, Fabi. Zeckle ist unten. Und... Do-Kai-Wi. Das T4 ist unter dir. Ja. Ist das noch nicht getroffen? Ah, ist gut. Jetzt zieh Felix immer noch unten im Server. Pass auf, pass auf, Toilett, Toilett, Toilett. Maverick. Seck. Schön. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ich hab 3 kills gemacht fabi hat oben im office ein weg gemacht und frozen unten den weg weg vor allem ich spiel normalerweise nie lr shotgun und würde ich eigentlich auch niemals tun ich weiß nicht warum ich es jetzt getan habe damit es funktioniert und let him kill yours welcher welker mit border haus na ja valkyrie und blackbeard ja wir müssen nicht glauben was heute passiert ist was denn ich bin vor allem mit khan ist ganz entspannt am rockers mp kommen zwei beknackte typen mit ihrem auto und meinen unsere lkw zerstellen zu müssen ich habe gerade eine e-mail gekriegt der burs von truckers mp gebannt wegen krebs driving dauerhaft natürlich gehe ich jetzt dagegen an aber ganz ehrlich was erinnert es ist ja nicht mal in irgendeiner form weil ich hier oben die hedges zu machen glasi kannst du machen ja eigentlich gibt es ein blöd was ich jetzt sehe obwohl hast du einen clip davon? ne also ich habe schon alle kampf platziert ach ja stimmt ich weiß ja nicht wie die bei truckers mp ticken aber aber eigentlich müssten die das nachgucken können wer wegen gerammt hat mhm die sache war khan ist vorgefahren so knapp 100 m vor mir die beiden sind an mir vorbeigefahren haben halt nichts gemacht haben dann aber halt ihren lkw kaputt gemacht und ich bin halt in die unfallstelle reingerast konnten nicht mal reagieren und nicht mehr rechtzeitig bremsen ja und dann habe ich halt einen von den beiden spinnern mitgenommen kurz bitte na doka oben noch einen habe ich oben geschnackt doka war jetzt rechts von dir psycho draußen können wir drüber reden dass die wand offen ist meine güte ne die ist nicht offen, die ist zu ich meine mit offen nicht reinforced an der stelle der zeitsuch fiersi nein die 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 ja beide Er hat Diffuser Die müssen jetzt ruhig nach oben kommen, ne? Barbie? Barbie? Bin ich gemuted oder was? Kevin? Was denn? Ich hab den Diffuser, das hat Fabi sogar jetzt zweimal gesagt, ne? Aber einer hat noch egal, heißt doch Flamen wir einfach alle, wenn ich von der Seite erschossen werde Ist doch egal, ist einfach nur Timeplay Ja, das Ding ist, das Ding ist, was ich halt haben wollte, war jemand, der mich von der Seite fix Aber klar, klar, sie ist nach unten gerannt und Kevin ist auch wieder weggerannt Wieso weggerannt? Ich kam gerade erst zu dir Richtig Außerdem ist Hank, was Witze, ich hab dich doch beschützt Wieso weggerannt? Ich bin gerade eben erst, als du angefangen hast, zu flamen, zu dir gekommen Ich bin nie zu dir gekommen, ich war die ganze Zeit unter dir Du warst oben Nein, ich war die ganze Zeit im scheiß Badezimmer Er hat Tadjanka gespielt Ich war im Badezimmer Er hat Tadjanka gespielt Ich, trotzdem war ich im Badezimmer Die ganze Zeit Kevin war wirklich die ganze Zeit unten War Kevin nicht gerade am Ende oben? Ja, am Ende Als, nachdem du angefangen hast zu weilen Ja, Mann, ja Nachdem ich zu Glasi gesagt hab, Glasi, warte Und dann kam Kevin hoch Dann kam Kevin hoch Dann dachte ich so, geil, Kevin ist hier Daraufhin meinte ich dann Kevin Und dann bist du bei mir, bist du weggerannt Richtung Raum rein Ich gerauchen Jo Dann wollte ich dir sagen, Kevin, komm mal wieder zurück Aber du bist leider weggerannt Egal Wirst du die Tür halten müssen Egalo So, Kevin, für dich Ich hab 227.000 Renown Also, dauert noch ein bisschen Hm, aber du bist auf einen guten Weg Ja, ich hab halt jetzt, wo die Server down waren In diesem, in diesem einen Monat war das ja tatsächlich So gut wie gar nicht gespielt, ne? Ja Hätte ich in der Zeit die ganze Zeit gespielt Wäre ich jetzt locker bei 260.000 Ja Aber, naja, Server waren halt kaputt, ne? Ja, so wollten halt nicht Und deswegen scheiße Ich freu mich jetzt schon auf die Invitation Als wenn dann das komplette neue Jahr vorgestellt wird, ne? Was dann hoffentlich auch wieder Mehr funktioniert Ähm Wir reden von Ubisoft Also, äh, nein Aber Operation Health 2.0 Viel mehr freu ich mich sowieso auf den Mai Komm gleich wieder, dass du bescheidest Jo Viel mehr freu ich mich eh auf Mai Warum? Gehen so eine Stundenrennen Und ich glaub von Mai auf Juni oder so Ist ja auch die Dokumi in Düsseldorf 28. Juni bis Ja Ja Ja, und ich geh da halt Definitiv hin Entweder mit meiner Mutter und meiner Schwester Vielleicht treff ich euch dann auch da Keine Ahnung Nein Du hast nicht eine riesige Truppe, die du treffen kannst Nein Also ihr seid auf jeden Fall da Das weiß ich, aber Ähm Wie wahrscheinlich ist es, dass wir uns da wirklich Frozen, Kefko, Julia, Luca Hab ich irgendwen vergessen momentan? Jo, weiß ich nicht Äh, kommt Denise auch wieder Frozen? Ja, wir fahren da mal so hin Hüpf Äh, das Ding ist Äh, also Meine Mutter möchte halt mit dem Zug fahren Nach Düsseldorf Ist ja auch verständlich irgendwo Legitim Eben Braucht ja eine halbe Stunde Du könntest sogar, warte mal Ihr kommt aus Duisburg, ne? Ja Dann könnt ihr mit der Ne, eine Stunde brauche ich zu dir Wenn ihr Eine Anbindung auf die 79 habt Fahrt ihr einfach durch Mit dem Zug, oder wie? U-79 Ja, U-Bahn Weiß ich nicht Na, ist aber das Einfachste an der Stelle Ja Ja Weil mit dem Auto Parkplatz hinten Ist zu Messezeiten Wartlich Ja Wobei man zugeben muss Unsere Düsseldorfer Messe hat ein gutes Parkhaus Oder ich parke mein Auto dann einfach bei dir Und gehe dann mit dir dahin Ahaha, der war ein guten Parkplatz bei mir finden Hätten du das letzte Mal auch Also Ja Mhm Mhm Nachdem ich einmal über Rot gefahren bin Werktags Von, äh, ja Ja, wieso Dokumierst du auch an einem Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag Und Samstag zählt als Werktag Ah Schwierig Weiß ich gar nicht, ob das aus den Schildern draufstand Äh, doch, bei mir steht tatsächlich drauf Bei allen Parkplätzen auf Wirklich exakt meiner Straße Alle Schilder sagen Absolutes Parkverbot Werktags Sechs bis neunzehn Uhr Nien Du darfst dann nirgendwo parken Halten? Ja Parken? Nein Gut Dann gehe ich alle drei Minuten zurück zum Auto Ahahah Das Gute ist Diesmal habe ich auch ein Drei-Tages-Ticket Ich habe diesmal daran gedacht Es zu holen Ich weiß noch nicht Kommt drauf an, was ich für Geld habe Und ich werde tatsächlich noch meinem Chef sagen Dass ich am Freitag Urlaub brauche Weil ich weiß auf jeden Fall Ich habe mir an dem 24 Stunden Rennen Was dieses Jahr ist Das ist ja 30. Mai ist ja irgendwie der Feiertag 31. ist der Freitag Da habe ich mir Urlaub genommen Und dann habe ich ein Viertägiges Wochenende Wo das 24 Stunden Rennen ist Ja Solid Weil ich habe das letztes Jahr Fast komplett geguckt Auch mit 4Quali und allem so Und die Shit Wenn es einem gefällt Warum nicht? Ja Mein tatsächlicher Traum Ist es ja Selber irgendwann Irgendwie Da fahren zu können Fahren? Ja Fahren Hast du mich richtig gehört? Wie ich das anstelle Weiß ich noch nicht Ich meine gut Auf dem Dürburgring Generell zu fahren Ist ja jetzt nicht das Problem Den Dürburgring fahren Selber ist nicht schwierig Das ist richtig Aber wirklich 24 Stunden Rennen Eieiei Also musst du dich Eigentlich jetzt schon ranhängen Irgendwie in eine Rennkarriere Rein zu kommen Jetzt schon Wird schwierig Es gibt ja auch Leute Die Auch erst hinterher Mittendrin Aber wie alt sind die Fahrer Maximal? Manche sind tatsächlich Glaube ich auch über 40 Okay Ich weiß nicht Genau die jetzt In der GT3 fahren Aber Beim 24 Stunden Rennen Ich muss ja auch nicht unbedingt Bei GT3 fahren Ich kann mir auch einfach So ein Auto machen Wie den Dutch Jalong Und bei ihm In der Klasse mitfahren Müsste ich zwar Ein eigenes Rentier machen Aber Spaß dabei Ne Das ist mein Also mein aktueller Lebensplan Sag ich jetzt mal Nach der Ausbildung Sieht sowieso so aus Nach der Ausbildung Direkt Meister Oder Ingenieur zu machen Wahrscheinlich eher Meister Und Dann halt In Richtung meiner Schwester Zu ziehen Wo halt nicht ganz So viele Werkstätten sind Und eine eigene Werkstatt Aufzumachen Not gonna lie Kind of makes sense Und dann halt Gucken Wenn es gut läuft Und ich vernünftige Angestellte kriegen Suche ich mir noch Ein Werkstattmeister dazu Dann muss ich die Auszubildenden Nicht ausbilden Nein Gucken Also mein In erster Linie Ist mein Plan Auf jeden Fall Eine eigene Werkstatt Zu machen Wie Und Also ob Und wie gut Das klappt Ist ein anderes Thema Aber Das wird sich dann auch Ausstellen Genau Ja Solides Unterfangen Ich hab nochmal Nachgeguckt Also Dieser Anvil Trucker Sanfie Ban Geht Eine Woche Jetzt Also Doch Ich Darauf Und Die habe ich Für eine Woche Einfach Darunter Gebannt Für Etwas Wofür Ich Nicht Wirklich Was konnte Ja Ich hab dir Jetzt erstmal Eine Nachricht Geschrieben Von wegen Hier So sieht es Aus Dass Dass ich das Arg unfair Finde Und dass Sie das Bitte Rückgängig Machen Mal gucken Ob es Darauf eine Antwort gibt Bei sowas Muss man Tatsächlich Immer Höflich Bleiben Natürlich Ganz ehrlich Ja gut Du wirst Eh nie Unheilig Bei sowas Nein Ich denke Auch einfach Die Leute Die hinter diesem Projekt Stecken Sind Menschen Die Genauso Gerne Dieses Spiel Spielen So wie Ich Das Mache Wenn ich Den Jetzt Blöd Komme Dann Denken Sie Von Mir Ich 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 Wird Verstehen Wenn Er Komplett Zusammen Kackt Bin Ich Ganz ehrlich Ich Gehe Einfach Davon Aus Die Haben Nur Guckt So Nach dem Motto Massenabfertigung Von Wegen Wurde Gemeldet Aha Ja Okay Der War Mit In Kollision Und Und Wird Jahr Kommen Wann 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 Den Armband rauchen. Ja, wieso? Er kann doch auch ganz einfach so wie du aufhören. Bitte? Nein. Wie nein? Ich habe vieles in meinem Leben schon gebracht mit aufzuhören. Das Schwerste in meinem Leben war Rauchen. Und ich bin auch heute nach gut über zwei Jahren, also fast zwei Jahren, 14. Februar war das, ja. Nach fast zwei Jahren sitze ich manchmal heute immer noch in bestimmten Punkten sabbernd am überlegen, ob ich jetzt eine rauchen gehe. Aha. Bin ich aber nicht sehr stolz? Ich tue es ja nicht. Das ist es ja, warum ich überhaupt stolz auf mich bin. Trotzdem bin ich nicht sehr stolz, dass du überhaupt die Gedanken hast. Ich bin auch stolz auf mich. Ich habe nie angefangen zu rauchen. Ich denke auch jedes Mal daran, mich mit Kevin zu vergewaltigen und tue ich trotzdem nicht. Ja, da bin ich auch nicht stolz auf dich. Denn nur der gefickte Schwule. Gehört Kevin? Er wird nur an Zeiko nicht mehr ein. Zeiko, du hast auch einen Kryptonit, das weißt du. Morpheus LP. Jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist mein Kryptonit? Morpheus LP. Wer ist doch nicht mein Kryptonit. Wenn ich den hier einlade, kommst du nicht dazu, mich zu vergewaltigen. Dann vergewaltigt er dich vorher. Nein, das schaffst du nicht. Weißt du, es wird so ein Dreieck, weißt du so? Zeiko denkt sich so... Ja, okay. Ich will Kefko. Und Morpheus sieht nur einen nackten Zeiko und denkt sich so... Oh boy, jetzt geht's los! Oh, die Fans. Am Ende hast du so eine Raupe, Alter. Zeiko nimmt Kevin und Morpheus nimmt Zeiko währenddessen. Ey, geil, ich bin der mit dem meisten Spaß. Also, Zeiko klingt interessanterweise nicht abgeneigt. Ja, ja. Ich meine, oh nein, sowas kann man doch nicht machen. Kevin, an dieser Stelle, ne? Vielen Dank, Zeiko, wir sind live. Jetzt hast du Fall-O-On. Wenn du daraus einen Clip machen würdest und den Moff schicken würdest, ne, Bruder? Wieso, Kevin? Merkt ihr eigentlich 20.47 Uhr kurz vor unserem... Die Uhrzeit reicht nicht, aber zwei Stunden ungefähr, passt. Warte, warte, wir haben jetzt 20.47 Uhr. Ich gucke jetzt einfach auf Discord, wann die Notification kommt. 19.08 Uhr, das heißt, wir sind bei einer Stunde 39. Nein, zwei Stunden vier. Zwei Stunden vier. Warum guckst du nicht einfach auf deiner Software nach, wenn du es noch eh die ganze Zeit kannst? Hab ich doch gerade gemacht! Die Kunden, die genau sagen. Ja, die sind irgendwas mit zwei Stunden. Ja, zwei Stunden eins, 1.59, 2.59. Ich sagte Roundabout zwei Stunden, aber zwei Stunden kann ich dann nachgucken. Und ich kann es auch sehen, weil ich seinen Stream offen habe und da auf Twitch steht ja auch, wie lange er schon live ist. Und zwar seit exakt zwei Stunden, vier Minuten, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 49, 50, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 60. Und jetzt ist es mir zu dumm. Weißt du, was das Traurige ist? Es war die ganze Zeit schon belastend, weil du immer eine Sekunde vorher gefühlt da warst und gezählt hast. Ja, die Intense. Die Intense regelt das. Bei mir war das exakt in dem Moment. Ah, okay. Nicht Clash. Aber wie konntest du vorher dann da sein? Egal. Wenn ich schneller bin. Weil ich das jetzt gerade sehe. Ich versuche jetzt demnächst nochmal Jan anzurufen. Wegen den Lautsprechern. Ja. Sollte er sich nicht melden und später mich flamen wollen, ist mir das scheißegal. Ihr seid jetzt die Zeuge, der Stream ist Zeuge. Ich habe mehrfach versucht, ihn jetzt anzurufen. Ich bringe sie dir sonst jetzt im März mit. Okay. Kriegst du sie vorträglich zu deinem kommenden Jahrgeburtstag. Zum März? Wie will sie losen? Ja, wenn ich im März zu dir fahre. Oder was auch zu Zeuge. Weißt, da haben wir doch abgemacht. Ja, nein, der Punkt ist halt nur gerade, wir haben jetzt zwei Termine im März. Ja, nee, nee, nicht da, wo du zu mir fährst. Ich will nicht, dass du den Zug wieder zurückschleppen musst. Ja, genau. Also, soweit habe ich schon gedacht. Ich meine da, wo ich zu dir fahre. Ich will die loswerden. Du könntest die wahrscheinlich gut gebrauchen. Hallo, Victory. Wie gesagt, mich juckt es nicht. Wenn er sich nie meldet, nie reagiert und nie zurückruft, dann ist das irgendwo sein Problem. Schau mal aufs Handy, Kein Moment. Ich habe dir jetzt ein Bild geschickt, was ich Arne geschickt hatte, äh, am Donnerstag. Das ist jetzt nicht passiert. Noll. Allebei schmeißt über meine Drohne den Sensor, zieht meine Drohne nicht. Geil ist der Musik hier, bitte. Soll ich die Türen und die Fenster aufmachen? Äh, kann ich auch super schauen. Alter, es darf nicht wahr sein. Puls ist unten im großen Büro. Großem Büro? Ja. Oh, super. Ich dachte, da guckt wer. Nee? Aber der wird nicht nochmal rauskommen. Was? Der ist auch nicht mehr, der ist schon wieder weglaufen. Ich habe den Capcom-Trap erwischt. Er ist da doch drauf. Holen dir, Tiger. Kevin, ich würde nicht stehenbleiben, egal wo. Rock, äh, vorne bei Ping 4. Puls ist unter dir. Oh, fuck, mein Life. Wo ist der? Immer noch unten im Großbüro. Okay, ja, sorry, ich wusste nicht, dass das nicht Puls war. Nein, was? Ach, Ru kam gerade auch noch. Oh, Mann. Oben sind zwei, einer lowlife, einer fulllife. Wo? Oben. Okay. Da ist drei. Route for life, einer. Elle bei Archive. Elle bei Archive. Archive ist zwar hier, ne? Ja. Was macht die denn dann? Habi drücken und dann abhauen. Nee, die war oben. Das ist jetzt hier. Runtergesprungen. Oh. Schön. Oh, fuck, die haben Weltcams. Oh, ja. ist der hinter oder ist der Kloß rechts? Ich glaube, der war rechts im Raum. So fucking stolz hast du gut gemacht. Warum steht der da auch komplett offen, Alter? Was ist denn ein Vollidiot? Hast du das Bild angeschmackt, Cam? Nein, natürlich nicht. Digga. Was? Er muss busy watching people. Ja, er muss busy watching people. Was hat denn Spaß? Ich hab kein Bild auf WhatsApp geschickt. Warum? Warum? Du musst dir erstmal vorstellen, der Typ ist vom Passau, Hauptbahnhof, bis zu mir nach Hause. Also, was heißt, bis zu mir nach Hause, aber bis zu diesem Zug gefahren. Mit seinem fucking Stuhl. Und der ist sogar noch mit seinem Stuhl in meinem Zug mitgefahren. Ich glaub, er ist sogar bis zur Endstation. Ich hab ihn da nicht mehr gesehen, aber er ist so lange mitgefahren. Alter, wer transportiert denn quer? Ja, also, nein. Es ist so ein Bürostuhl, der so ein bisschen auf Gaming-Stuhl versucht. Wer versucht denn, wer fährt denn bitte mit den Öffis durch halb Deutschland? Mit seinem Gaming-Stuhl? Vielleicht hat er den Haupt von Ebay gekauft und bei jemandem abgeholt. Bei Kleinanzeigen, ja genau. Weißt du, nichts bezahlt, Hauptsache, äh, abholen. Hauptsache, keine 30 Euro Versandkosten. Ja, oder 50. Gratis bekommen, aber darf auf Abholung. Ja gut, kann man so machen. Der Drohne ist fies. Der Puls ist jetzt schon wieder unten rum. Ah, der war der letzte, der fehlte. Wen wundert's. Ah, nee. Ah, hallo, hey, wo ist der Puls? Der hat geschaut. Hier unten? Nee, oben. Nein, sie sind oben. Ich hab dann den Kamp bei Großromporei. Ah, das war der Fabi. Ja. Ignorieren mal, dass ich fast ein ganzes Magazin für den gebraucht habe. Das ist egal, du hast ihn getötet. Stolz. Weg ist auch irgendwo hier unten gewesen, Fabi. Ich höre die ganze Zeit noch irgendwo Steps, aber ich will nicht durch den Ding laufen. Ich glaube, hier oben ist auch noch einer. Ja, das ist wahrscheinlich die Welt, die ist nämlich genau hier, wo ich fahre, oder wo ich bin, durchgelaufen. Du siehst du in Eike. Ja. Hier in Eike. War da eine Welt hier? Nein! Ach, leck mich doch. Kap kam wieder in diesen kleinen Büroräumchen. Vorsicht, da sind aber noch ganz rein an der Tür. Ruck ist abgehauen. Ah, Weg, Archive. Ach, Gott! Danke. Weg? War Archive? Ja, gerade noch. Ich habe keinen Plan. Oha! Steht der da einfach im... Ich habe keinen Storage? Ja, keine Ahnung. Ich meine den Raum immer Storage, weil es ist am einfachsten. Weg ist ein Lobby. Also du kannst da hochgehen, wo du bist. Wenn du dich beeilst. Wie kommt ihr jetzt unten in Archive entgegen? Von der Tür. So ein Kap kann da oben in dem Seitenraum. Ein Kleiner. Da vorne in dem Raum, ja. In der Camps? Nein. Also mich hat der von dieser Tür aus rechts in der Ecke getötet. Also... Nee, ist Onspot. Onspot. Ist Onspot B? Onspot. Ja. Onspot A, um genau zu sein sogar. Die Double Trap. Ergerlich. Tja. Achso. Aber trotzdem noch fast gekleppt. Von daher war eine super Runde. Ich war richtig stark am überlegen, ob ich nicht den hier bringen soll. Den was bringen soll? Den Oza. Mach doch. Eben, mach doch. Ich bin nicht so gut mit Oza. Ja. Warum nicht? Da musst du sie ein bisschen spielen und dann wirst du es üben. Was, also, warum sagst du das so? Also, was fülle ich jetzt mit? Ja, ich komme mit dem Gadget nicht so richtig gut klar. Du stellst das hin und bleibst dahinter stehen. Und wenn du einen Gegner siehst, peak so kurz hoch und creepierst, dann gibst du dabei ein Headshot. Und hast du den Gegner tot. Genau, genau, genau das ist mein Problem. Die ist mir zu stationär. Stationär spiele ich nur, wenn ich auf Defense spiele. Mira, Oryx, Fenrir, Arooni, 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 Arooni. Damit sich Saiko nicht ausgeschlossen fühlt, Kevin, schicke ich Saiko. Das Bild jetzt auch noch. Das Saiko hat sich nicht ausgeschlossen gefühlt, Saiko will das nicht. Du kommst es mir lieb trotzdem. Warum fragst du mich da? Gut, dass ich da nicht reingerannt bin, da unten. Bruder! Wo soll ich die Mira haben, ne? Wo sind die Mira, wenn du da bist? Ball auf, ball auf, ich dropp vor dir. Oh, Arooni! Arooni! Komm mal her, Arooni! Ich schaffst du die Party gelaufen. Arooni! Der Oryx is dead! Hallo, Arooni! Hallo? Hinterm Server, ja. Oh, ich schaffst du die Party gelaufen. Komm, der kommt da schon. Oh, Arooni! Arooni! Warte, ich schaffe. Warte! Das Ding ist weg. Warte. Level planten? Äh. Oder? Nicht planten? Doch, mach doch. Doch, ich mach grad. Mach einfach das durch. Ja, ich mach raus. Kait. Doch. Bist du raus? Ja, ich mach raus. Einfach draußen bleiben. Links von mir könnt ihr vorbeisiehen. Oder ich hab nen Engel von oben. Ach, schade. Ich hab's versucht. Egal, ihr macht was. Hinter der Bombe war der. Kevin hat ihn. Sag ich doch. Mann, ich wollt grad mal so ein Schild setzen. Dinger, aber da in der Ecke zu platzieren, das ist schon echt miese Brieze. Das haben wir echt gut gemacht. Normalerweise, normalerweise spielst du's ja dann so, dass du die C4s und so triggerst. Ja, die Mira hat bis zu viel geworfen, aber das war komplett verkackt. Fabi? Ähm, dann stellst du dich da rein, place deine Double-Oza-Schilde. Und dann steht Monty in der Door und du wartest einfach nur. Fabi? Nein? Warum hat der einen fucking Stuhl dabei? Gleiche Frage wie ich auch. Twilight? Keine Ahnung. Dinger, sein auf, auf 5 Euro Sitzplatzreservierung. Ne. Ich bring mein eigenes Stuhl mit. So weit hab ich gar nicht gedacht, Alter. Imagine. Vielleicht hat der den Schilder-Dist irgendwie. Der war ja 10 oder 10. Bringt seinen eigenen Stuhl mit, weil ich denk, seine Sitzplatzreservierung ist mir zu teuer. Bruder. Vor allem, das ist wild, der Stuhl hat ja fucking Rollen. Der Zug fährt los und der Typ rollt, der einfach... Der fährt ja nicht mit, der rollt, der einfach... Der muss ja Spaß machen. Ja. Hui! Und die nächste Runde geht rückwärts. Hui! Ich hab ein Dronie gehackt. Eine Dronie gehackt? Ich hab zwei kaputt gemacht. Zählt das auch? Ja. Ich hab eine gehackt und einen kaputt gemacht. Jetzt sind wir bei vier. Alles komplett. Ich hab... Ich hab einen kaputt gemacht. Richtig kaputt. Ich mach... Mach... Ich mach den Gegner kaputt. Oh, guckst du, ne? Mami, Mami. Guckst du weiter? Ja, er hat mich kaputt gemacht. Die DMF fühl ich nicht. Nicht? Nein. Doch, wir auf dem Dach kommen. Nöp! Hab den Diffuser! Piep, piep! Ja, die sind oben in der Hallway. Piep, piep! Piep, piep! 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 Eh... Ah! Hohohoho! Nix da, mein Freund! Einer von den noch lebenden nennt sich Grip-Lock. Die andere war Sophia. Ah, ich hab den Locker. So hier? Ne, ne, Sophia, lass mal. Scheiße! Red Lock, weniger als Halft-Live. Ja, Kevin und ich haben den Diffuser. Ne, Kevin? Ja, ja. Auch mal Treppe, Kevin. Ja, ihr habt den Diffuser. Oh, Treppe? Hier? Von unten, Kevin? Ne. Ne. Ist das bloß der? Rund hier oben. Nein, wenn du mich jetzt Flames, Kevin sagst. Rund hier oben. Hallo? Hier ist nur ne Bombenstimmung, alles gut. Wo sind die? Nein! Rund hier oben, geben Onspot. Also ganz in Ruhe. Kleines Archive. Fiff. Ich wollte grad hinter mir runterkommen. runterkommen. Aber Fabi dachte sich so, hallo? Der ist aber richtig peinlich auf dich. Ja, komm her, mein Junge. Komm her, Jüngchen. Ja, du hättest grad mal meine Wege sehen sollen, Alter, weißt du? Ihr, ihr called, ihr habt Diffuser. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich war on-spot. Ich bin rausgehüpft, nach ganz unten gelaufen, bin Servers wieder rein. Ja, du ist der hoch? Hab klar, sie gefragt, wo sie war. Ich bin dann auch, über Outside bin ich in Open Office rein. Ja. Ich denke mir so, wo geht der jetzt dann Außen, 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 Außen kommt, Office wieder rein. Okay. Gut. Ich hab gerade mehr Zeit draußen verbracht, als im, 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 im Gebäude. Im Objekt, ja, genau, hä? Fabi, läuft bei dir. Ja, Fabi halt, ne? Der sich noch nicht mal irgendwie gegen mitbekommen hat, warum will ich... Nee. Er ist einfach nur frech. Das ist halt der Punkt. Das ist halt der Punkt. Kleiner Tipp, Fabi. Niemals neben dem Mirawind. Kommt noch ne Drohne. Kommt noch ne Drohne. Ich korrigiere nur eine Drohne. Ich, ich, ich spiel, ich spiel die Stress hier schon seit... Ja, das kann ja sein, aber es ist tatsächlich besser. Weil dann sehen die dich nicht, wenn du piekst, weil da ne Wand zwischen ist. So, ich mach jetzt das, was die Gegner gemacht haben. Nicht in den Tunnel nach draußen. Sollst du irgendwie helfen oder so, oder? Ja. Und wenn hier einer kommt, dann sag ich Bescheid. Aber hier kommt keiner. Bisher. Fade. Deswegen geh mal lieber zurück, die kommen über Pooster. Kacke, unten, groß, äh, oben, Großraumbüro. Großraumbüro. Live Live. Lobby, zwei Stück. Weiße, Lobby gefällt mir grad nicht. Ja, die, wir mach hier auch. Wilde Nails. Schön, ich geh wieder zum Sledge. Also Lobby, Pink 5, ne? Das ist, äh, ja. Das ist mein Freund. Oh mein Gott, er steht links in der Ecke, Mann. Pink 5 war irgendwie nicht in meiner Sichtweise. Weiter. Also in Server ist das Sledge. Die sind Void gedroppt. Im Tresor. Fabi, hinter dir. Pass auf, und der, äh, äh. Na, genau vor dir ist das Sledge. Na, nice, falsch. Da kann nur nur so 4 von hinten. Ja. Können wir besser, Jungs. Ja. Ja. Machen wir nochmal. Aber ich fand mein C4 grad geil. Ibaner macht auf. In dem Moment, wo es explodiert, wärm ich mein C4 hoch und hau's weg. Wundervoll. Ah, ich bin grad am überlegen. Überleg schneller. Rieck dich. Ich will die Clash oder nimm ich kalt. Fabi, sag mal. Bleib ich bei Clash? Bleib ich bei Clash oder nimm ich kalt? Kalt. Ah, ja, nimm mal kalt, man. Ein paar Hatches elektrifizieren wäre vielleicht ne Idee. Frozen? Mhm. Okay, Frozen spielt Random Pack. Ich weiß ja nicht, was bei rumkommt, was ich gut spielen kann. Es kommt ja eh immer weg bei ihm rum, was anderes spielt er ja gefühlt nicht. Äh, Psycho, mach mal die anderen Bluttes. Bitte. Ich andere. Ja, glaube ich. Die anderen. W-Warum? Du wärst doch jetzt viel schneller an den Blutten als... Nein, es geht darum, dass ich die hier Elektriffe... äh, also mit... ...mein Klaus machen will. Und die mach ich halt von oben. Beste wegen... das ist mehr Sinn. Beste Drohnen im Gang, Vorsicht. Die gleich weg, alter. Aha. Und ich spiele Open Area. Ich bin Eugen. Da. Äh. Obwohl, ne, ich mach mal einen ganz anderen, ich bin beim Tresor. Oh Gott. Welcher Redenforce? Das ist gut. Sehr gut. Das ist jetzt gut. Ich muss mir nur merken, dass die Scheiß hatchen... Die Bana ist tot. Alles. Diana auch. Was ist denn, dass du mich grad gerettet hast? Wollte die durch Kitschen durch? Ne. Also, die... ... hat grad mal ihre Born reingeschafft. Durka auch. Wo ist letzter? Von Bekannt. Oh. Dieses Lachen zu dem... zu... zu der Nachricht. Sel... Selber schuld? What the fuck? Ähm... Das hier... Rechts... Mitte klick... Melden... Wieso? Weil er Gay geschrieben hat. Weil er Gay geschrieben hat. Beleidigung. Beleidigung Melden. Der hat dich Gay genannt. Ähm... Du bist ne Alien, du brauchst kein Getränk. Was bist du von Hirngulasch? Also die Gegner kriegen auf jeden Fall F6, aber... Junge... Der Typ stellt sich direkt vor ein Drohnloch und fängt an zu drohen. Was erwartet er bitte? Irrweg Englisch. Natürlich schieße ich ihn dann durchs Drohnloch ab, also... Ja. Jas. Jatsi Englisch. Jetzt lässt du für den Deutschen raushängen. Fem, Kev, kannst du mal ganz, ganz aus dem Spiel raustappen? Oder schon lieben? Nee. Kann ich nicht. Bitte? Nein. Schade. Ich wollte ihm grad die beste Antwort geben. Ist nicht, Ingo. Das N-Wort würde ich nicht schreiben, Fabi. Nein, 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 nein. Das wollte ich auch nicht schreiben. Oder meinst du... Das H. Das Doppel-H. Was mit Jugend zu tun hat. Hundehalter? Meinst du Hundehalter? Genau, der Hundehalter. Du hast das verstanden, Psyko. Jugend ist was ganz schönes. Pass auf, Jas. Ich schreib dir, ich schreib dir, äh... Was ich schreiben wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Kannst du in Kevins Channel schreiben. Oh, Kevin, ne, ne? Was denn? Wirst du echt zu einer dieser Menschen, der erst alles andere fertig macht, bevor er weitergeht? Ja. Boah, du widerst mich an. Na, Fabi. Bei mir ist immer erst direkt das nächste Wurkig Alpha oder Shooter Pack. Ne, ich mach alles durch. Ja, ich mach auch alles, aber erst bei Alpha und Bravo Pack, die Motivation muss da sein. Ne, 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 ne. Dein TeamSpeak streams ja nicht, ne? Ne, ne. Dann kannst du dir auch mal angucken, was Fabi geschrieben hat. Obwohl, das hast du, glaub ich, gesehen, ne? Durch dieses Popup von TeamSpeak. Nein, ich hab... Ich hab doch kein Overwolf, Alter. Weiß ich doch nicht. Wie gay hältst du mich? Ah, Digga, Fabi. Aber klar, das konnte ich leider nicht mehr schreiben, weil Kevin nicht aus dem Game raustappen wollte. Der ist aber auch strong, Fabi. Holy shit. Aber ich hätte ihn gefeiert. Das Problem ist, ich glaub Ubisoft wär dann hingegangen und hätte dich trotzdem gebannt. Ja. Für, ne? Zwar jetzt natürlich dauerhaft, aber... Ne, tatsächlich nicht. Wenn die Gegner einen reporten, dann gucken wir nach, warum... Ja, das ist aber keine Beleidigung. Wir reden hier von Ubisoft, Heiko. Die nehmen alles als Beleidigung. Das ist aber keine Beleidigung, tatsächlich. Das wird bei Ubisoft nicht als Beleidigung geführt. Ne. Ich hab das schon des öfteren mal reingeschrieben, sogar in noch härteren Varianten quasi. Und, äh, nein. Okay. Ich wurde bis jetzt noch nicht einmal gewandt. So, Kevin, noch 2700 Punkte. Ja. Deswegen, also da muss ich tatsächlich Fabi zustimmen, das gelte nicht unter Beleidigung. Der könnte so ohne Probleme reinhauen. Aber... Sind wir mal ehrlich? Wo ist dann Moab an der Stelle? Welcher Moab? Unser... Unser Punktekönig. Oder hab ich Bock auf Kaffee? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der heute einfach nicht da. Vielleicht pennt der gerade. Vielleicht ist er noch unterwegs. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass Glasi drin hängt. Ich weiß, dass Psycho drin hängt. Oregon. Perfekt. Ich glaub Ubisoft hat gehört, dass wir bald keinen Bock mehr auf das Spiel haben, wenn wir immer nur Versteck kriegen. Ich hab jetzt gejinxt. Ich hab jetzt gejinxt. Ja. Sag mal Frozen bist auch in meinem Stream drin? Ja, du hast gejinxt, Alter. Ja, das ist durch mich aber nicht. Checker bitte, checker. Checker, checker. Checker, checker. Checker, checker. Äh, wie war das jetzt Frozen? Bist du auch in meinem Stream drin? In deinem Stream bin ich nicht dran dran. Kann ich aber ändern? Dann hätten wir noch Luca wahrscheinlich. oder tobi oder ronnie ronnie ja unwahrscheinlich tobi auch unwahrscheinlich hat aber tobi die vorhin noch gesagt er wollte zugucken kann auch im discord tatsächlich was stimmst du noch ich stream doppelt kann luca doch auch über discord theoretisch schon aber der farmt kanalpunkte zu euch gegenüber zu tobi entschuldigung also was hattest du bitte henry finde ich okay ja frozen ich möchte mich über deinen werbeblock beschweren kann ich nichts dran ändern ergo sterbevorsorge wow okay twitch stirbst du bald hast du was verheimlicht ich bin es schon oft genug fast also reicht jetzt lang frozen ich will ja nicht sagen aber ihr würd mir über deine googlesuche ein bisschen sorgen machen weil das ist google generiert was über google suche ich würd mal eher versuchen zu hinterfragen ob google meine medizinische vorgeschichte kennt weil das wäre belastend wahrscheinlich höchstwahrscheinlich so nach das ist alles ich sage dazu nichts aber ich könnte jetzt den hintergrund erklären aber ich glaube dann würdest du dein handy nie wieder in deiner nähe haben ja das ist dauertracking nicht nur standort verlauf nein es hat noch dauer zugriff auf dein mikrofon und co mikrofon ton kamera kontakte galerie und dein handy standort selbst wenn er deaktiviert ist selbst wenn er deaktiviert ist ne ja ne aber dadurch weiß google immer nach was du suchst und was es priorisieren soll auch noch für werbung und deswegen sind auch bei der grufe ich hab mal gefragt ob die personalisierte werbung machen dürfen fick dich wenn du nein anklickst machen sie es trotzdem ich hab zuerst gespielt ich hab den diffuser gut dann kriegst du gleich glasien dann kriegst du gleich dreifach wahrscheinlich für eine treppe treppe oder haupteingang wir haben eine komplette kontrolle über schlafzimmer und balkon ist grad durchgelaufen unspot arm zu uns gelaufen aber wieder zurück richtung unspot die kann raus aus dem diffuser unten weg das war jetzt nur ok vorsichtig der letzte ist auch oben auf ping 5 die ist da raus ja oh fuck oh den hab ich getriggert schön ich find's schön dass du dich über sowas traust und ich kann auch verstehen warum du dich dabei befreut hast du bist halt so geflogen dass dich Nomad nicht hätte kriegen können ja ich bin nur ein Statist so aber ich mache jetzt weiter mit CS spielen ja bei wenn ich das so ganz genau betrachte erstmal weiter noch so wie meine statics aussehen ich bin ein Redshirt für alle Trekkies da draußen hm 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 genau mal reden ja ja P90 die hat nen guten Hipfire hm hm vergiss die Blendsrate nicht was du tust du damit auch auf Range Hipfeiern oder ja für einen P90 geht das pero knock Drohnen Nummer 1 Ach Nö warum machen sie mit Drohnen.. Du bist in CS? Hier gibt es keine Drohnen. Deswegen drohne ich gleich in der Attack auch nicht. Meine Fresse! I have been spotted! There is a Drohne! Oh! There is a Drohne! Halt mal erstmal. Ah, ich mach kurz. Nö, darfst du nicht. Bin ich aber. Das ist jetzt belastend. Für dich ja. Ich muss jetzt gleich weinen. Ja. Wie schlimm ist das eigentlich, wenn man so eine Befehle missachtet? Oder da kriegst du harte Strafe. Rote Strafe? Nein. Ich wollte sagen, Fabi, der ist gerade irgendwie auf Diches reingefahren. Schaut auf. Die machen unten auf. Und wo aus? So kann man nicht fliegen. Heißt, ich bin nicht so schnell. Oh, die klappst du da noch normal gerade. Ace noch, Ace noch, Ace noch. Und Grand Block. 80. 60. Sau, ziehت die Femme aus, ja. Da ist noch Ace aber noch mehr. Ja, Gridlock und Ace sind beide dahinten. Ja. Achso, die sitzt da noch in der Ecke! Der ist doch gerade in die Cam reingegangen. Das war gridlock. Ne, die war ja auch am bewegen. War ja close. Hat sich close so angehört als wenn einer in die Cam gegangen wäre. Jetzt würde ich erst recht noch mal Cap spielen, Psycho. Okay. Er wird geantet. Sie wollen jetzt wirklich... Ja. Ach nee. Sie wollen es hardcore. What the fuck? Was is what the fuck? Der Sound von Frozen gerade, Alter. What the fuck? Das habe ich mir auch gerade ganz kurz gefragt. Wo kam der her? Ich habe gesagt nur Scheiße. Es ist ausgefahren. Ah. Oh. 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 Ich bin der Skin. Achso, Seiko will die Wands ganz auf fahren, okay. Oh nein, sie hat die Bombe nicht gefasst. Achso, damals ist es definitiv Wissen, wo unsere Bombe ist. Ja, ich weiß doch, Mensch. Ich merke, wenn ich versuche, sarkastisch zu sein, kommt nicht an. Bei mir tun wir das nicht, nee. Du bist nicht der Einzige. Bist du Psycho, Alter. Du bist so ein lebensmüder Bruder, Alter. Welcher Proximity Alarm von mir wurde getriggert? Er hat eine Razor Boomer ausgelöst. Innen bei Psycho, achso. Müsst ihr denn hier an der Wand sein? Ja, sind sie auch. Wir machen da auf. Heimat destroyed. Die Tür brennt jetzt ein bisschen, habe ich gehört. Du dreckiger Wichser. Was war das? Blackbeard. Wo ist der? Auf dem Vorraum wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Die sind alle vor. Vor der Hallway. Aber allesamt. Komplette Mannschaft. Wetter ist tot, da war der der Freezer. Ja, mindestens drei. Ich hab einen Freezer an, oder? Kann natürlich sein, dass der vierte einen Freezer klebt. Kürze. Kürze? Kürze. Kürze. Hier, hier. Rielung! Danke dafür! Kürze. Kürze! Ah ja, ah ja, Blackbeard, Blackbeard ist Pixel, Blackbeard ist Pixel. Er ist liegt, er ist tot. Psycho, kannst du mich auch hoch holen? Oh, sorry. Auf Chosenachter, du auf den Spot. Ja, sorry, der kommt jetzt gerade. Ja, schön! Deswegen sage ich, der Chosenachter auf den Spot. Der ist konnte ich jetzt gar nicht witzig, das kommt doch gar nicht. Ei, ei, ei. Also ich glaube, die CS-Taktik hat gegen den Ace irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber gegen den Rest? Ja, ich habe ja niemanden getötet oder angeschossen. Sniper oder Grism? Äh, Airjib. Sniper oder Airjib? Was für Sniper oder Airjib? Sniper! Achso. Kali oder Nomad? Und für's lass ich definitiv die Finger. War das der Typ? Ne, keine Ahnung. Ich wollte nur irgendjemanden von denen beleidigen. Ah! Weil der Thatcher es nicht hingekriegt hat zu Dingen. Äh, Thatcher. Hat er schon, aber ich habe ihn einfach auseinandergenommen. Ja, natürlich, aber trotzdem sage ich ihm das. Man ist einfach ein schlechter Thatcher. Ich hatte tatsächlich einfach, das war absolutes Timelack. Ich habe es genau in der Millisekunde, bevor die Thatcher-Nate explodiert ist, habe ich es weggenommen und sofort wieder drangeworfen. Und dadurch habe ich alle, äh, Ace-Gadgets zerstört. Und dadurch habe ich alle, äh, Ace-Gadgets zerstört. In BTV. Immerhin habe ich jetzt eine schöne Mausgruppe. By the way, Ace. Stop playing Ace. VH3 toxen, Fabi, ja. Du, Fabi darf gerade keinen toxen. Ja, 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 ja. Ist doch richtig, aber trotzdem. Hat er verdient. Hat er sich verdient. Ah, das ist wieder die Nummer. Stimmt. Ich höre irgendwas mit Spawn Peaks hier, wegen Impacts. I will eat your ass, brother. Ah, okay. Ja gut, soll er seinen Arsch lutschen, ne? Wie ist das? Er versteht noch nicht so, er versteht noch nicht so ganz, was das bedeutet. I eat your ass, aber okay. Zeit und Schreiben, Cap, please don't play Cap. Der war aber nicht, der das zu mir geschrieben hat, deswegen. Ist egal, aus Prinzip. Oh. Triggered. Mann. Och ne, niemand piekt mich. Äh. Hat jemand, weiß ich, Gali. Ja. By the way, ich bin on-spot, ne? Ja, ich komm nicht on-spot, weil da wohnt ne Wand. Was ist ne Wand, sagst du? Wo war der? Wir haben ne Defuser auf dem Spot, okay. Rose, welche Wand ist das Problem? Jetzt gerade auf die Havi dann auf B. Auf B. Du hast ihn gesehen. Mhm. Da rennt auch noch einer rum. Riems wagt eigentlich. Eintens, wenn ich dieses Dreck zwischen der Ecke steht. Fahrer, die immer steht oben. Die sind alle rechts von dir, Fabi. Alle drei. Ah. Ah. Oh, der ist der Gebete! Das bringt's. Kannst im Endeffekt jetzt jemand aufmachen. Hatte ich ja vor. ich schieße gerade auf farby kevin nein ich schieße nicht auf farby ich schieße an farby vorbei jetzt würde ich auf farby schießen wo direkt lehnen mute main stairs glaube ich könnte aber auch mittlerweile wide stairs und sind in der tüse und planter main stairs wer ist fertig Ich hätte halt nicht erwartet, dass das etwas dazwischen uns beiden krebst, ne? Bin ich ganz ehrlich. Boah, Alter. Hör mich das grad. Ich muss sagen, der Schuss, den du an mir vorbeigezimmert hast, ne? Der war sehr close. So krass close war der wohl nicht. Hätte ich das an der Stelle auch gesagt. Ich glaub, Klazi hat gesehen, dass ich diesen Schuss gesehen habe. Das wundert mich nicht, der ist ja auch ziemlich groß. Diese Kugel ist an meinem Lauf, ich glaub, zwei Zentimeter vorne vorbei. Nee, das kam dir nur so vor. Glaub mir aus meiner Perspektive, man hat gesehen, dass es locker eine ganze Ace-Länge an dir vorbei war. War's wirklich? Was genau ist jetzt eine Ace-Länge? Charakter Ace, nochmal davor. Erwin, ich witzig bist du. Nein. Bär horizontal, vertikal. Hallo! Gerne da! Gerne da! Und die haben einen Lesion. Hu hu. Ah, du bist die Brote, dankeschön. Hu hu. Das ist bei einem großartiges Publikum. Als ob du keinen Ace-Charakter gescannt hast in der Zeit. Was ist falsch bei dir? Frozen, schäm dich. Im Gegenteil, der lebt meine Drohne noch. Pfff. Habi, ich spiel immer noch CS. Da gibt's keine Drohnen. Stimmt, genau. Wir spielen CS. Ne. Vielleicht verkaufen wir. Meine Drohne lebt auch noch. Ja, du bist ja auch Rfk im Spawn. Nein. Gelogen. Nein. Nein. U B. Blute. Ah, ff. Was, Seven? Kevin, ich glaub da meine Mira. Das ist richtig. Zeig. Das war nie guter. Warum ist denn meine Air-Jib dahinten an der Wand gelandet? Ich dachte, die hast du getötet. Und das war noch der Kill von Kevin. Nein. Das war kein Kill. Das war meine Air-Jib. Echt nicht. Wo war die? Da? Im Workshop, ja. Ist ja grad reingekrebst in die Tür. Nicht mehr zu sehen. Ja, natürlich. Natürlich. Nur ein Timing. Äh. Vertraue ich dir. Fertig. 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 Echt nicht erfolgreich. Jetzt wird's Toxic hier, Alter. Es ist nicht Toxic, der Running Gag geht einfach weiter. Okay, es ist inzwischen so ein Gag geworden. Naja, der Gegner hat Good Night geschrieben, das ist kein Gag mehr, er wird Toxic. Wir haben leider noch keinen Operator, der Gas machen kann als Detektor. Das Interessante an der Aussage ist, du kannst ganz schnell ihn wieder entschärfen, indem man sagt, For your car, you know? Ja. Und wenn er dann schreibt, dass er ein Glick fängt, dann schreibst du einfach für seinen Grill. Oh ja, ja, das ist gut. Und wenn das nicht hinhaut, dann halt für die Heizung, das können wir den ganzen Tag so weiterspielen. Und dann hat er da Ölheizung. Äh, was können wir noch machen? Äh, äh. Genau. Für die Feuerzeuge. Ja, genau. Für die Leiters. Oder für die Luftballons. Mir hat das About Your Mom gefehlt, Boba. Nee, 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 nee. Man muss ja noch höflich bleiben, weißt du? Oh. Oh. Im Gegensatz zu ihm fängt er sich dafür keinen, äh, keinen, keinen Report. Was? I am scared, dude. Ja gut. Jetzt, das ist Sackes. Willst du, willst du, willst du bitte die Runde mal richtig spielen? Weil, weil ich, ich habe jetzt, ich habe jetzt irgendwie Bock die komplett auseinanderzunehmen. Wo sind sie? Oben. Oben. Ich wollte gerade sagen. Oben, oben? Äh, müssen wir die Tower mal gucken, bitte, ne? Nicht, dass da oben einer auf uns wartet. Ja, ich gehe nicht mit Tower rein. Aha. Ist da einer drin? Von der Thunderbird? Von Kessel. 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 Maruni. Ah. Ah, okay. Ja, nee, so funktioniert das auseinander. Ja, nee, so funktioniert das auseinander, oder? Nee, nee, klar, die machte schon für mich. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. So, jetzt bin ich safe, jetzt kann ich drohen gehen. I got it. Needless go! Okay, da hinten rum, aber bei der Kessel ist einer. Oh, what the fuck, alter. Ah, neul, ne Asami ist noch in dem Gang hinten drin. Ich hatte gerade drei Leute, die auf mich gezielt haben. Einer im Schlafzimmer und zwei in dem Gang hinten. Äh, wo war, du weißt schon, dass er... Oh, bitte. Ah, wo war die Leute? Guck mal hin wie an! Halb mich da raus. So ist rechts, glaub ich. Schön. Nimm doch einfach beide mit, Mädels! Ach, der Puls. Ja, aber so gut war's jetzt auch nicht. Die hätten's fast noch verloren. Und weil das ja mit dem Laufen so viel Spaß macht, kriegen wir jetzt extra nach in die Verlängerung. Ja, nur jetzt mach ich ernst. Dann bin ich ja mal gespannt. Was kannst du brauchen für Support quasi? Einfach das, was du die ganze Zeit schon machst. Gegner abfacken und weiter reinpulsen, dass die abgelenkt sind. Gegner nerven, das klingt gut. Das kann wahr, ne? Gegner nerven, ob mit chatten oder mit Drohnen, ist scheißegal. Fürs chatten ist MOBA zuständig. Weil tatsächlich dadurch, dass die chatten, werden die unkonzentriert. Ich hab noch mal ne Frage. Ist das eigentlich normal, dass man nach der Narkose, wenn man wach wird, auch ganz gern mal das Atmen vergisst? Äh, das kann passieren. Ja, wieso? Der redet nicht mit uns, der redet mit uns. Ist das normal, dass wenn man aus der Narkose aufwacht, dass man das Atmen vergisst? Im Redezeit noch. Ich habe keine Ahnung am Telefon. Kann es schon mal passieren, dass man während des Telefonnarts vergisst, sich zu muten? Nein! Ja, wenn man in dieser Wachbundphase ist. Aber der hört uns auch nicht. Der nimmt dann drei, viermal am Atmen. Deswegen hab ich's auch aufgegeben, das nicht zu sagen. Wir haben es immer nur durch den Saal geht. Der ziele Atmen. Atmen! Die ist der auch nicht, weil er auf Karl ist. Elting my J�s Smart Pf cassette Serv 2030 Cucou! Heiro! Mich? Ei! Barte Füßer kann mehr runter gehen ohne Probleme. Ein스iß was? Das kommt hier. Hier. Naja. Dann haben die sich eingekämpft. Naja, haben die auch. Auf Yellowping steht einer. Da 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 da! Das ist ein Mogen. Ah, ich hab den geschehen. Hast du zufälligerweise eine Legion getötet? Ja. Die ist schon bei mir. Können die mal aufhören, meine... Ah, Bandit. Bandit ist in dem kleinen Scheißraum. Wie war es immer noch da? Warte. Bandit war in dem kleinen Scheißraum. Hättest du Freezer nicht gerade andersrum stehen können? Ah, ich find geil, dass er... Good job. Hey, ich find geil, dass er schreibt, Why are you talking to me? Was ist das? By the way, sorry Frozen, ich konnte dich leider nicht sagen, sonst hätte ich dich nämlich getötet. Ja, deswegen sag ich gerade, warum haben wir nicht andersrum gestanden, dass du aus der Perspektive rechts gestanden war? Hättest du ihn vor... also hättest du ihn gesehen, bevor er mich gesehen hat? Ich hab ihn tatsächlich genau im selben Moment gesehen. Wir spielen wieder Kids. So, ich überleg gerade, soll ich ausnahmsweise mal Thunderbird mitnehmen? Ist es ein Medics? Du kannst auch Toxic Dock spielen, genau. Dock ist nicht Toxic. Nee, kann Dock aber nicht so gut wie Thunderbird. Dock ist Healer. Da komm ich vielleicht am Nord. Die haben noch eine andere Situation gefunden. Ja, ja, genau. Ich glaub, die Gegner sind so ein bisschen suspicious, weil ich auf einmal so reinhaue. Er hat plötzlich einen ADS gefunden, das ist das Problem für die... Das Ding ist, ich hab auch schon einen No-Scope gehüllt in der One-Mile-Runde. Ja, Gott. Und das war der einzige Kill, wo ich einen No-Scope hab. Die anderen sind alle erst vor zwei, drei Runden passiert. Der Glasi, weißt was witzig ist? Der Typ, ne? War letzte Runde, also mit dem ich ja die ganze Zeit hatte. Der war der einzige Kill in der letzten Runde von mir. Fuck. Nur, nur der Typ, der Typ läuft durch und ich kill ihn. Wie geh jetzt Tower spielen? Äh, ich hab's von Zorni, wo bist du? Ich hab dich gehört. Wie du willst? Ja, halt mich da raus! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Vorbei, Fabi Hm? Ich dachte gerade zu Fabi, ich muss noch kurz vorbei Das ist ein großes Fenster, sonst seh ich jetzt erstmal nix Which haben die? Nein Mit DMR Ah ja Die kommen WIX-Fenster rein Fliegen H Trevor Was hängt in dem kleinen Nebenraum Ich zeig schon, dass niemand von uns auf dem Spot ist, außert du Wir gehen von Atik auf B Oh Gott, fuck, warum ist da eine Gridlock unten noch? Scheiße. Hier oben ist einfach schon alles voll mit Gegnern. Ich war absolut überfordert. Ich werde dich Hobby nicht pushen, glaube ich. Ah, schau mal, wo er die ganze Zeit stand. Der hält sich jetzt mittlerweile so weit zurück, dass er nicht mehr von mir getötet würde, oder mit mir reinstecken könnte. Richtig. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt ein Klassiker. Wenn du da durchfährst, da ist auch wieder ein Mew-Gammer. Thunderbird, Asami, letzten keine Ahnung. Ja, letzten keine Ahnung. Driftes genau. Das ist doch schön, dass du es gerade machst, Asami, aber du beißt dir damit gerade selbst in den Arsch. Ich brauche mit meinem Geschenk. Du bist so eine blöde Fotze, ne? Ja, da rein kommst du da auch nicht, oder? Ja, was soll's? Nice. Asami war ja drüben irgendwo. Das ist Bandit. In dem Zwischenraum, in dem Zwischenraum sind drei Leute. In Connector. Oh, ich weiß nicht. Ich bin nie. Ich bin klar. Aber meine Ahnung. Ich bin ein bisschen, dass ich das nicht so mache, oder? Ich hab Fabi noch überholt! Das war nur wegen dem einen Assists. Ne, weil ich hab öfters mal die Bombe gespottet. Naja. Hätte irgendwer von euch schreiben sollen, äh, don't play Rainbow Six. Asami, don't play Asami. Der hätte bei mir sogar gepasst. Die hat sich clean so verkauft gerade. F6. Yes. Ich glaub ich hab den Typen gerade richtig abgefuckt, alter. Ach man kann ja mittlerweile nicht mehr die Ränge sehen, gell? Mhm. Ja. Bitte was? Sonst hätte ich mich schlapp gelacht. Was denn? Ich hab letztes Game noch 90 Punkte gekriegt, jetzt hab ich 64 gekriegt. Held. Alter, was ist das für ein Problem? Ich bekomm, ich bekomm 93. 88. Ja gut, man muss dazu sagen Fabi, ich bin jetzt schon fast bei dem Rang, wo ich letztes Not gehört hab. Wundert's dich dann, dass du so wenig Punkte kriegst? Ja, aber so plötzlich, ich krieg auf einmal 30 Punkte weniger. Ja, und sei froh, dass du nicht in den 20er bist. Das ist bodenlos. Hatte ich letzte Season mit zu kämpfen, da hab ich mich dann auf Diamond hochgekämpft. Und da ich jetzt Emerald 3 bin, macht das... Unsinn, dass ich... Ich hab eigentlich generell nicht erwartet, dass ich so spät noch so viele Punkte krieg. Sind alle noch dabei? Für noch ein Game? Letzte Runde. Frozen? Toll, ich red seit einer Viertelstunde mit euch und merk jetzt, dass ich gemutet bin. Was? Ich weiß nicht, wie viel es gestanden hat. Habt ihr noch mitgekriegt, wie ich gesagt habe, auf geht's in die Verlängerung, weil wir mit dem Typen so viel Spaß haben? Ja. Ja. Das war das letzte, was ich gesagt hab, bevor ich mich gemutet hab. Cool. Jo. Echt jetzt? Ja, aber du wärst auch noch bei einem bei, oder? Ich gucke auf die Uhr, sage, yo, ich bin noch dabei. Also noch ist so... Noch ist die Luft nicht raus. Noch macht's Spaß. Noch ist cool. Und ich bin kurz vor Silber 5. Außerdem ist es Samstag. Und ich bin kurz vor Silber 5. Das ändert nichts an das Floß. Normalerweise trotzdem eigentlich immer um 10 abhaut. Die Sache ist, ich habe letzte Nacht bis 3 Uhr gearbeitet. Und heute Morgen, kurz vor 9, dachte sich die Sonne, ich strahle dir ins Gesicht. Und das hätte ich ganz sanft auch. Das war toll. Ich war richtig fit danach. Aber irgendwann merke ich dann doch, hm, so 6 Stunden schlafen nach einem 22-Stunden-Tag. Hm. Das ist mein, das ist mein Alltag. Ja. Was, was soll ich sagen? Seit ich arbeiten, gehe ich jeden Abend um 8 Uhr ins Bett. Ist toll, oder? Wann musst du morgens aufstehen? 5 Uhr. Dann kann ich's verstehen. Geht eigentlich. Ja gut, Semi, aber dann kann ich's verstehen. Wenn ich um deine Uhrzeit aufstehen müsste, wäre ich so einer, der würde gerade mal um 11 erst pennen gehen, aber egal. Ja, ja. Das Ding ist, jetzt am Anfang wollt ihr, war mein Plan halt, versuchsweise ausgeschlafen zu kommen. Damit der Anfang besser geht. Auch mit dem Ding zifften und all so'n Scheiß. Äh, Gold. Und jetzt, wo ich ein bisschen drin bin, will ich jetzt, möchte ich gucken, dass ich jetzt die Zeit nach hinten verschiebe. Erst 9 Uhr und dann 10 Uhr wieder. Und dass ich dann halt am Wochenende wieder... Ja, Gold, aber was ist das für'n Scheiß? Egal, Hauptsache Gold getroffen. P90 und dann dieses, dieser Skin, der aussieht wie, als wenn du das gerade außer Mülltonne gepfischt hast. Ja, das ist doch super. Hallo? Den würde ich die ganze Zeit verwenden. Die Popmarché P90. Geil. Naja, und dann würde ich, dann würde ich meine Gegner, dann würde ich extra P90 spielen und dann meinen Gegnern sagen, ja, du siehst, du bist genauso scheiße, wie meine Waffe aussieht. Du Fawson, noch kannst du den nicht traden, noch gibst du Marketplace nicht. Ja, aber, Fabi, für 10.000 Renown wird er dir. Mach 5 draus und ich bin dabei. Ach komm, 10.000 für Legendary ist doch schon kein schlechter Preis. Vor allem Renown. Ich eher 6 Credits. Ja, ja, ja. Mach 5.000 und ich bin dabei, weil ich hab die ganze Arbeit damit. Schwerer Handelspartner. 7.000 und du hältst das Ding in Ehren. Wenn ich mal überlege, der Marketplace, ne, der Marketplace geht glaube ich mit der 6 Credits sogar. Nur. 6.500 und ich bin dabei. Alles klar. Lustiger wärs, also ich weiß noch nicht mit was der Marketplace funktionieren wird. Vielleicht funktioniert er ja mit beidem. Mit der Renown und der 6 Credits. Das wär geil. Ich hab gehört, keine Schilde heute? Okay, doch. Ja, komm. No, 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 no Shields. Bin ich voll bei. No Shields allowed. Warte, wer, wer kann hier Schild setzen? Gut. Dann müssen wir aber Mira bannen, damit die Clash bannen, weil Mira ist quasi auch Schild. Ja. Boah, ihr seid euch einig. Mal müssen die jetzt Clash bannen. Mal gucken, ob sie sich dran halten. Never. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass die einen Hacker haben und der sagt, die sollen Schild wegfallen, weil das dann kryptoniert ist. Ehrlich. Ja, die sind geil. Also egal, was jetzt los ist. Also es geht mit einem Pluspunkt los. Guck mal, er ist da. Egal. Wo ist dann? Auf dass ich wieder Psycho und Fabi wegzimmer. Diesmal statt Luca. Was ist letztes Mal passiert? Nicht letztes Mal, ist schon Ewigkeiten her. Da ist, ich stand auf dem Dach vor Gym und Bedroom und von rechts habe ich nur noch ein Fenster gehört. Aus dem Serverraum oder was auch immer das ist. Ich flicke rüber und zimmer der Person in einem rein. Was war es? Luca. So. Das heißt, wer war es? Luca ist ein Jemand, nicht ein Etwas, ja? Halt die Schnauze. So. Ähm. Und als sei das nicht genug gewesen in dieser Runde, grebst ein Psycho vor mir durch das Schlafzimmer und ich zwiebel den Typen auch noch weg. Das ist halt das Berufsrisiko als Kali, ne? Ja. Das ist das Berufsrisiko, wenn du mit Kevin spielst. Sowieso. Nein! Ihr habt die Bombe nicht gespottet. Gym und Bad, äh, Bedroom. Oh boy, hat noch keiner die Bombe detektet oder was? Nein! Die sind im Schlafzimmer. Ah! Ah! Guck mal, so geht das. Danke. Danke, Glasi. Ah! Du hast meinen Fail-Move revidiert. Wir haben Solis. Wir haben Solis, Jungs. Ich musste grad vor Solis fliehen. Ich hab IQ, also ich bin IQ. Ich find die Solis. Mach mal. Pissen. Pissen. Warum hab ich natürlich diesen Spider-Man-Meme im Kopf, wo die sich gegenseitig so anzeigen? Solis und IQ, Alter. Mein Spider-Sense ist halt hingegen. Ich hab' den 3-Kill. Ähm, dann kann man einfach mal an der Drohne vorbei, Cap. Warum der AFK da steht, keine Ahnung. Ist mir aber egal. I take that free kill. Hast du deine Toru geprug, der bei mir ist? Wahrscheinlich. Holy shit! Wo kam der denn jetzt her? Mach auf. Lights on. Constructions behält. Vielen Dank, der Präsident ist. Scheint sich gelohnt zu haben. Vielen Dank. Guten Morgen. Oh, hallo. Hey, wie kriegt der Dax nicht hin? Wo? Bei mir. Das noch nicht. Ja, wenn der ist tot. Oh, gleich. Das ist tot. Das ist tot. Dann plant dich doch mal. Ja, Henry hat mich mit ganz viel Glück gekriegt. Du hast mich genau in dem Moment neben ihm das Fenster aufgeschossen. Die plant man, ne? Ja, ja. Fabi, Achtin. Leg dich mal hin, Fabi. Jetzt einfach warten. Find's ja gut hier. Tschüss. Soll auch ruhig versuchen zu defusen. Oh, Saiko, du bist so ein Arsch. Ich dachte, der ist die ganze Zeit. Ich hab da drüben mal hingeguckt. Bis ich gemerkt hab, der ist eigentlich unten. Pff. Es hieß doch dreimal Treppe, Saiko. Ich hab dich eigentlich nicht retten können. Er hat mich zugehört. Lass mir reden. Sag mal, Saiko, hast du dein Mikro in der Küche vergessen? Ja. Hey, ich telefonier grad. Ja, haben wir vorhin gehört auf Aragon. Ja. Ich weiß. Hab ich dann auch wieder gelesen im Chat. Ah, hast du es doch gelesen? Vielleicht liest du den Chat. Das ist ja schon mal was. Ja, ja. Ich hab prediktet, den liest du nicht. So. Wie spiele ich die FEC jetzt? Mit was für Aufsätzen? Ähm, Ironside, Ironside, Chaldempfer und Angewinkelten. Was ist jetzt schlimmer? Es ist einfach die Aids-Kombi schlechthin, Alter. Bruder. Der ist bodenlos, Fabio. Das weißt du. Wird es mich oder die Gegner mehr abfacken? Äh. Also erstmal dich und dann die Gegner, weil sie von sowas getötet werden. Also. Ja, Manni. Setz einfach voraus, dass er trifft. Ja, trifft er schon. Wo sind die? Manni. Oh Gott. Langweilig. Als ob die den gleichen Spot nicht wieder machen. Nee, nee, den anderen. Die Reinforcing Garage, what? Da? Da? Da, Glasi, die gehen auf den Garage Hold. Da. Hüpp. Aaaaaaaah. Da? Hahaha, Glasi. Nicht im Ernst. Rock der Smile in der fucking Bar ab. Wie geil ist er denn? Ja, gut. Für Manni ist mein Charakter jetzt nicht so... Äh. Hä? Ist die Kamera weg? Oh. Ja, schon lange. Hoppala. Die hier ist auch schon weg. Ja, okay. Long Range Nerven. Was war das denn? Wo hast du den jetzt weggezogen? Wo hast du den jetzt weggezogen? Ich wollte einfach nur die scheiß Fenster aufschießen und der steht auf der anderen Seite. Oh. Hahaha. Jetzt hab ich bodenlos vertertet. Die Sohnes war grad auch bodenlos. Hahaha. Du kannst breachen. Ich steh nämlich ans Bad. Oh, fuck no. Du kannst breachen für euch. Du kannst breachen für euch. Ach, kann ich? Ja, hab ich doch weggeschossen. Ich komm trotzdem rüber. Was hältst du davon? Ola! Ich krieg aber nicht davon, weil es auf links ist. Hm. Das ist irgendwas. Tu war rauber On-Spot-A. Also links von dir ist Psycho. Pass auf, da will einer zu dir. Der will dich richtig... Garbage will einer picken? Ja. Erwin. Garbage-Store. Erwin, jetzt Garbage-Store. Wieso Garbage-Store? Was laberst du? Meinst du unten? Ist mir doch egal. Ach, goddammit. Ja, anscheinend er doch nicht. Ja, der war jetzt oben im Fenster. Window jetzt hier. Wo ich grad nicht weiter aufsteck hab. Kann Garbage-Store stehen wie er will? Da kann er mich nicht treffen. Doch, kann er. Nein. Äh, Kite-On-Pink-Throwning. Also, die ging. Nice. Letzter Kite-On-Pink-Throwning. Letzter Kite-On-Pink-Throwning. Der ist low, in garage. Der sitzt hier in der Ecke. Okay, das Ding ist jetzt low. Steht jetzt hier. Kriegst du nicht kaputt, Seiko, wenn's nicht auf ist? Ihr könnt rein und ihn free-firen. Der steht hinter ner non-grünen Pfosten-Wand. Oh, lol. Als ob die genau die Pixel-Punk gehabt hatten. Pick dich, Kevin. Digga. Als ob du den scheiß Pixel-Punk gehabt hast. Komm, spring, spring rein. Spring rein, Seiko. Rein? Genau, free-firen. Rechts, voll rechts. Ist jetzt hier in der Ecke. Also, du könntest dahinter... Ne, nicht. Ne. Immer noch hier in der Ecke. Pass auf, nice trail. Schade, schade. Was? Ja, klar. Gosen hat den so oft getroffen. Also, nicht da jetzt, aber vorhin. Also, dass er dann immer noch 60 hatte, weiß ich nicht. Neuerzeit. Sorry. Bin jetzt nicht ganz überzeugt. Kellerfuse oder Nomad? Denkern wir mal. Jetzt eigentlich immer noch Flösser und Angewinkelten, aber das mit Visier. Damit ich mich wohl auffühle, Frozen, ja. Sehr gut. Das ist das Visier, ja. Das ist die Partilow komplett. Alles klar. Das ist das Rotpunkt-Visier. Warum mit Visier, hallo? Ironside-Bester. Ja gut, eigentlich bin ich nur gestorben, weil jemand von hinten kam. Sonst hätte ich noch einen Kill gemacht, wahrscheinlich. Aber ich ändere den Skin. Der Kali-Schuss lässt mich nicht los, ne? Ohne Scheiß. Und etwa... Ex-confirmed würde ich so behaupten. Warte, ich mach noch Bläser drauf. Was soll ich denn sagen? Oh ja. Du D-Day macht dich noch auffälliger. Egal. Bis die Gegner mich sehen, sind sie eh gut. So. Bin fertig mit Telefonieren. So. Perfekt. Reißen wir D-Day nach! Können wir jetzt endlich wieder richtig spielen, Psycho. Ach komm, das konntet ihr vorher auch. Ich bin führend da und ich hab grad telefoniert. Denk euch mal ein bisschen mehr an. Ja, ja, ja. Bitte, was haben die nicht zu? Wer hört nicht zu? Die haben Tunnels nicht zu. Die haben Tunnels nicht zu. Hääääh? Nein? Haben wir rein da. Perf Хорошо. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Jetzt haben sie's grad zu gemacht. Ah warte ich mach's wieder auf. Ja. Ja, ich- ich kann's auch aufmachen. Aber ich hab grad ordentlich kassiert. mit schau umkassierst du auch ah ja pass auf der pixel piekt hinten wenn du da durchschaust gerade an dem ersten ist uns so doof da haben wir Ansprüche von oben ja weil ich aus der falschen richtung kam für den ich muss raus ja auch an dem scheiß engel für den ich kann mit einer schule und rumspazieren und wird nicht getroffen ich habe dich gerecht zufrieden ach ficken alles hat funktioniert dankeschön eine gute distraction edges auf eine gute ablenkung oben ist tot kein erwischt als ob ich den ich treffe er sitzt bei den boxen hinten er sitzt hinten bei mir an den boxen nein 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 hab ihn allerdings liege ich jetzt oben injured da ist ne backcam bei dem rechten unteren danke wir müssen allerdings da runter dass der getroffen hat war ein wunder der ist genauso frech wie bei den kali vorhin boah kevin kevin packt kevin packt den äh ender weg wie habt ihr denn die hunden jetzt gerade noch geworden oder kai ey seit wann hat kevin bitte reactions ich weiß zwar nicht wie kevin ne aber mach nicht so weiter ist mir egal wie aber der shot war fucking clean ist toll es ist toll fabi hast du gesehen wie ich die anderen beiden geholt hab ja ja ohne visier scheinlämpfer scheiß ohne visier auch noch jaja ich hab eigenzeit gespielt bei der also die waffe also die R410er ist ja die schlimmste waffe die du ohne visier spielen kannst dieses visier doch noch dieses visier nimmt alles ein den kompletten bildschirm ja deswegen stand ich auch ganz da ja ja das habe ich schon gemerkt du standest die ganze zeit äh hier mainstairs psycho ihre hedge ist offen ich bin so stolz auf dich ja 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 ich merke mir die sachen echt unglaublich aber wahr ja und tschüss so garbage habe ich keine sorge seit wann ist dein gedächtnis so gut kev äh seitdem ich reactions habe also seit gerade eben ja genau aber das war jetzt auch nur für gerade eben jetzt hast du keine reactions mehr ne oh Mensch da sie also nach dem keine schuss und nach dem schuss hier gegen was war das Rook ne ist mal langsam schlecht ne das müsste Rook gewesen sein ne ne Rook habe ich getötet so so als ob die jetzt ernsthaft oben einsteigen die Schweinehunde danke dass du mich wegflampierst Kev Entschuldigung das ist schön ne mit so nem Anti-Mate mir gehts nur darum dass die Jungs nicht einfach reinkommen durch die scheiß smoke ich saß direkt davor bleib wie schat 3 covid denn den 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 die wie ıl Seid langsam gehen die Märkte auf den Sack, gell? Kann ich auch nicht verstehen. Kacke, brava no life. Nix mit planten. Wo? Oh, Gläs haben sie auch noch. Gläs hängt draußen rum. Gläs, letzter drei hängt draußen. Geh passiv, Gläs, geh passiv. Ja. Oh, komm schon. Gläs muss erstmal rüberkommen. Hat Gläs den defusion? Nein. Ne, da musst du da liegen. Oh, okay. Ich bin das Ding. Der verflambierte Bandit war on fire. Oh, wow. Anders kann man es nicht sagen. Einfach nur wow. Glaub mir, Glasi, dass es nichts gegen die dummen Wortwitze, die Luca und ich gebracht haben zum Thema Star Citizen oder auch Tobi. Alter. Das Star Citizen-Gruppe war echt Fremdstimmung des Todes. Was spiele ich jetzt? Welche Elite-Skin? Naja. Ja, die gar so im Keller sind, ne? Kannst du den Bodenboden raus holen. Einfach mal Clash. Einfach mal Clash. Auch nicht. Ne, einfach mal Castle. Oh. Bunkern. Okay. Geht gut. Kann man mal rum. Es wird richtig gebunkert, du. Ich schmeiß meine Saison und bin da weg, habe ich gehört, ne? Ja. Aber nicht hier lang. Okay. Ja, ich seh schon. Ich geh bloß erst hoch. Ja, ich geh bloß erst hoch, um da wieder reinzukommen. Also nicht reinzukommen, aber runterzukommen auf jeden Fall. Mach KitchenHedge zu. Wollte ich da. Da war aber ne fette Barrikade meiner Fresse. Hast du Tannik zugemacht? Ja. Ich komm ne Drohnerad rein. Ich mach jetzt zu. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Lass es natürlich auch machen, aber nein. Meine Fresse Drohne. Äh.. Frozen? Stop. Nein. Ja. Jetzt ist. Ich hab losgelassen. Du kannst da zum Spielen. Ach lol, du hast Garage auch zu gebunkert. Ja. Ich spiel jetzt hier ne Strat. also bloß das ist dein gebiet ich verstehe sein jetzt schon trifft er bitte jetzt musst du das kann da nicht mehr zu machen in den Tunnel die haben Fuse was zu erwarten würde ich sagen aber Kevin sollte es so können aber passt auch woanders auf Fuse tot Fudge tot Ohne extra Punkte warum machst du es nicht umgekehrt Klazi weil das mein Gebiet ist verpiss dich weißt du anstatt das Außenfenster zu machen nein der blockiert einfach mir den Weg ok also ich darf nicht mehr runter habe ich gehört ich bin jetzt hier oben stuck im Erdgeschoss wo war der Klazi letzter Tunnel der hat mich getötet hat mich schon nichts tun Hööööööööö BG Ich weiß gar nicht was du meinst. F5. Diejenigen die No Shields Today mitgemacht haben. Ich hab F6 gemacht. Toxic. Dein Problem. Die Tür ist offen. Die haben den Tunnel offen. Ich renne da jetzt rein. 53 Punkte nur noch. 9 Punkte bis Silber 5 noch. Überhin bist du schon in Richtung Silber. Ich krebs noch in Bronze rum. Ich krebs noch. Ey. Ich wollte das noch sehen. Ey, Silber. Ey, Loggingsserie. Du hast von einem Mensch gern regelmäßig Belobigungen erhalten. Yay. Und? Ja, hab ich ja gerade gesagt. Letzte Runde und mit der Aussage jetzt gerade ist man so offen wird so ein schönes Test. Na gut. I mean granted. Granted, weil ist tatsächlich am schönsten. Denn ich bin heute von Platin 2 bis Emerald 2 hoch. Ich glaub von Kupfer 1 bis Punkse 3? Ey. Ja, Sack hat's aber auch vorher gesagt schon. Ne, ne. Ich wollt grad, du sagst, dass du da Frozen wärst dir lieber. Wir gehen jetzt in ne Kackhunde rein und du verlierst die neun Punkte, die du noch brauchst. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Stunden. Jaaa. Na gut. Ich weiß, wie das die letzten Male nämlich dann gewesen ist von wegen, oh mir fehlen nur noch neun Punkte. Ja, das hat dann vier Wochen gedauert um diese neun Punkte zusammen zu kriegen. Ey, ich bin, ich bin sehr positiv überrascht. Ich würd mich selber nochmal irgendwann so eine Konstellation hier freuen. Das ist schon saulange her, dass wir drei Stunden am Stück gespielt haben, ohne dass irgendwer mittendrin Road Rage raus und ob wiedersehen und wieder einen Satz suchen muss. Road Rage? Jaaa. Rage, Grid. So. Sorry. Kommt aber auch beide das gleiche hinaus. So eine Stelle. Ohne, ohne ein Auto zu haben. Finde ich cool. Ja, warte mal. Beweis mir erstmal das Gegenteil, Freundchen. Dann reden wir weiter, okay? Fah auf mein Bobica vom TS. Wow. Und mit dieser Helden Metallschirm. Dass wir jetzt aufhören. Obwohl es gerade läuft. Zurück ins Zelt. Schieß.